Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, da ist dann auch schon das Update für den Januar. Der Januar wurde auch ziemlich voll, da halt auch noch vom Dezember ein paar Sachen angekommen sind und ja, noch so ein bisschen Weihnachts- und Geburtstagsgeld auch noch übrig war und dann gab es noch so ein paar Angebote und so ein paar Sachen und dann ja, ist da einiges zusammengekommen, aber halt auch viele Sachen, die ich schon lange kaufen wollte, worüber ich dann sehr froh bin, dass ich die jetzt endlich habe. Und ja, dann fangen wir auch gleich mal an. Wie immer vorher, Spoilerwarnung für Folgebände und wir starten mit Tokio Pop und Bleach. Diesmal auch das letzte Mal, also ja, die ganzen letzten 26 Monate über hat es immer mit Bleach gestartet, weil ja, der ja jeden Monat rauskam und jetzt ist das letzte Mal. Bleach ist endlich abgeschlossen, worüber ich auch ziemlich froh bin. Also, ne, ihr wisst ja schon von den anderen Updates, so, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Bleach, ich will die Reihe aber auch nicht runter machen, so. Ich bin sehr froh, dass ich es lesen konnte und jetzt auch endlich weiß, wie es so ist. Und ja, und jetzt haben wir hier schon den letzten Band. Ja, das Ende war jetzt auch nichts, wie soll ich sagen, zu krasses für mich. Es gab noch ein paar, mal ein paar coole Kämpfe. Also den hier am Anfang mochte ich eigentlich ganz gerne, auch mit Yorichi und, ah, wie heißt der andere hier nochmal? Ja, ich weiß ehrlich gesagt, seinen Namen nicht mehr. Aber ich bin froh, dass wir ihn jetzt auch endlich mal haben, wirklich ernsthaft kämpfen sehen, weil es ja bisher noch nicht wirklich so vorkam. Und der Kampf war dann auch schon, ja, gleich ziemlich cool, ähm, mit seinen Fähigkeiten hier. Und dann haben wir auch noch mal Kenpachi noch mal kämpfen sehen, der auch noch mal eine krasse Reform bekommen hat. Yorichi hatte ja auch eine, auch wenn ich von der jetzt nicht so der größte Fan war. Ähm, aber ja, also ich habe das Gefühl, viele haben noch mal so ein, so ein kleines Glow-Up bekommen, noch mal so zum Ende und haben noch mal richtig gezeigt, was sie konnten. Genau, hier sieht man auch mal, der Kampf war schon wirklich sehr cool. Also die Zeichnungen sind ja auch immer wieder sehr gut. Ähm, dann gab es hier noch eins. Moment, wo haben wir ihn? Genau, den guten hier, wo ich auch wieder seinen Namen nicht weiß. Also, ähm, beim Namen merken bin ich da jetzt auch nicht, äh, so gut hier. Ich fand es so komisch, er meinte dann so, ja, ähm, etwas älter und obwohl er diese Form nicht so mag, ich bin so, was, warum magst du diese Form nicht? Du siehst cool aus, man. Ähm, ja. Und, äh, dann gab es natürlich den, ja, großen Kampf halt von Ichigo gegen Yach, ähm, der halt so ein bisschen war, wie soll ich sagen? Also Ichigo hat dann ja auch so eine neue Form noch gehabt. Äh, ich guck mal, ob ich sie jetzt hier gerade finde, wo ich auch so war, wie kam das jetzt? Einfach so? Ich weiß gerade nicht mehr, ob es dafür eine Erklärung gab. Ist auch schon ein bisschen her. Ich habe den wirklich Anfang des Monats gelesen. Ähm, ja, hier diese Form halt, die ich auch gar nicht so cool finde, weil die so ein bisschen asymmetrisch ist mit diesem einen Horn. Das sieht irgendwie so weird aus, aber naja, okay. Ähm, und dann hat das irgendwie aber auch nicht so richtig gelangt. Sein Schwert wurde dann zerstört und dann gab es quasi eine kleine Unterbrechung. Das wurde dann wieder gefixt und dann ging es weiter. Ähm, und dann wurde ja wirklich das Allmighty auch so ein bisschen mehr erklärt, oder wie soll ich sagen? Dann, dann hat Yach ja so gesagt, dass es eigentlich keine Fähigkeit ist, in die Zukunft zu gucken, sondern die Zukunft zu beeinflussen. Ähm, Eisen ist dann ja hier auch nochmal aufgetaucht, hat auch nochmal mitgemischt. Generell so ein paar, ich sag mal, wichtigere Nebencharaktere, so waren auf einmal wieder da und waren dann so, ja, wir sind hier auch nochmal, damit man die auch nochmal gesehen hat. Ähm, ja, und eigentlich ist diese Fähigkeit, unbesiegbar. Also, wenn du die Zukunft schon beeinflussen kannst, bevor andere die überhaupt wahrnehmen, wie will dann überhaupt noch irgendwas einen treffen? Natürlich musste es trotzdem irgendwie gehen und, äh, Ichidas Pfeil hat ihn dann irgendwie getroffen und dann konnte Ichigo ihn, äh, ja, treffen auch und dann war er besiegt. Aber ich bin so, wie konnte der Pfeil überhaupt treffen? Also hat er das nicht irgendwie gemerkt? Oder, weil eigentlich ist diese Fähigkeit ziemlich unbesiegbar, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Gegner wurde einfach zu stark gemacht und man musste ihn dann halt irgendwie besiegen und dann war es halt so ein Ex-Machina-Ding, wo es dann einfach, es hat halt einfach irgendwie funktioniert. Aber, naja, was soll ich sagen, das gibt's ja öfter mal, das ist halt so eine Sache. Ich hab auch gehört, glaube ich, dass der Manga gegen Ende ja dann schnell beendet werden musste. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, ob das deswegen war, weil im Shonen Jump Magazin ist es ja auch immer so, wenn eine Reihe nicht so gut läuft und nicht mehr so beliebt ist, dass sie dann, ja, beendet werden muss einfach. Und ob das jetzt bei Bleach so war, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich hatte da sowas gehört, aber weiß ich nicht mehr so genau. Ich hatte ja auch schon von vielen gehört, dass das Ende nicht so gut ist und ich fand's jetzt auch nicht so besonders, aber ich fand's jetzt auch nicht so viel schlechter als der Rest. Also für mich war halt Bleach generell nicht so das Krasseste. Das Ende war jetzt halt auch einfach so okay halt. Und dann gab's natürlich noch mal das letzte Kapitel, wie bei so vielen Sachen, die zweite Generation und so. Also zehn Jahre sind dann ja vergangen und dann sieht man, wer da mit wem zusammengekommen ist. Einige haben da Kinder und so. Die typischen Sachen, die ich immer etwas neuer finde. Ich weiß nicht, ich bin einfach kein Fan von zweiten Generationen. So Boruto mag ich ja auch nicht und guck ich mir halt auch nicht an und so weiter. Und hier gibt's ja nicht mal dann eine Fortsetzung, wobei ich da auch sowas habe, Munkeln hören, dass es vielleicht doch noch was gibt, aber keine Ahnung, juckt mich halt auch nicht. Und naja, dann sehen wir halt hier, was aus den allen geworden ist. Und was die Pairings angeht, wurde ich schon gespoilert. Also das wusste ich schon, bevor ich Bleach angefangen habe. Ist mir halt, wie gesagt, jetzt auch relativ egal eigentlich, aber ich bin jetzt auch kein Fan davon. Weil ja, also Ichigo ist ja mit Orihime zusammengekommen und hier Rukia mit Renji. Was für mich auch absolut keinen Sinn ergibt. Also ich finde, die beiden haben mehr so eine Bruder-Schwester-Aura irgendwie. So Freunde halt einfach. Und Ichigo und Orihime finde ich halt auch. Also Orihime war ja schon immer in ihn irgendwie verliebt. Aber Ichigo, finde ich, hat halt nie irgendwie sowas gezeigt, was mehr als Freundschaft wäre. Und das hat für mich halt auch keinen Sinn ergeben. Und das war auch so eine Sache, was ja auch so ein bisschen generell meine Kritik auch an Bleach ist, dass ja da so zwischen den Kämpfen nicht so wirklich viel passiert ist. Also man hat die meisten Charaktere immer nur in Kämpfen miteinander interagieren sehen. Es gab mal so ein paar Arcs, wo so ein bisschen was war, aber nicht so wirklich. So für mich war Bleach einfach nur Kampf an Kampf an Kampf gereiht. Und man hatte nie so richtig so irgendwie so Alltagssituationen. Also wirklich nur in diesem einen Arc, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der hieß, wo dieser eine komische Typ aufgetaucht ist. Also der Arc vor dem letzten Arc quasi. Ja, und ansonsten fand ich, da waren nicht so viele Interaktionen, abgesehen halt von ganz am Anfang, wo man ja auch schon wusste, dass die einfach Freunde sind. Aber ja, so danach irgendwie. Und deswegen ist das ziemlich random für mich. Naja, und die letzte Szene hier habe ich auch nicht so 100 Prozent verstanden irgendwie. Den ihr Kind hat dann irgendwie so die letzte Energie von Viach oder so angefasst und die war dann weg. Ich weiß, was war das jetzt? Was soll das bedeuten? Sollte mir das irgendwas sagen? Oder ist das so ein Teaser gewesen für irgendeine mögliche Fortsetzung, die dann doch nicht? Oder irgendwie, keine Ahnung. Aber dann wurde ja auch gesagt, die ist jetzt verschwunden. So Eisen hat das dann auch gespürt. Und ich weiß, okay. Weiß ich nicht so recht, was man mir damit sagen wollte. Aber ja, und dann sieht man halt nochmal die Kinder hier von Ichigo und Rukia. Also nicht von zusammen, sondern, ne? Ähm, ja. Und ja, weiß dann halt, dass beide auch Shinigami sind. Und damit endet es dann halt auch. Und ich fand halt, das hat so ein bisschen gewirkt, als ob da jetzt eine Fortsetzung kommen soll. Aber wäre auch nichts, was mich jetzt interessieren würde. Also würde ich nicht lesen oder so. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Ähm, war insgesamt halt ganz nett. Es gab ein paar sehr coole Kämpfe. Mein Lieblings-Arc war der Aranka-Arc, würde ich sagen. Ähm, in diesem, wie hieß es nochmal, Huelo Mundo oder so. Generell dieses da rum. Ähm, ich glaube, es war um den, ähm, Band 9. Also von den Extreme-Bänden rum. Äh, was ich halt so am coolsten fand, was die Kämpfe auch anging. Und ja, ich hatte jetzt halt auch nicht so richtig Lieblingscharaktere. Grimjo mochte ich eigentlich ganz gerne. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ich meine, Renji mochte ich auch. Aber da war jetzt eigentlich kein so richtiger Charakter, wo ich immer so war. So, oh mein Gott, da ist er wieder! Oder so. Äh, wo ich mich mega drüber gefreut hätte oder so. War so, so alright. Ich werde die Reihe auch nicht behalten. Also ich werde die dann bald verkaufen. Weiß noch nicht genau wann. Ähm, und naja. Äh, darüber werde ich aber auch auf Instagram oder so. Oder ich weiß noch nicht, wo ich es verkaufe. Oder Kleinerzeigen mal gucken. Ähm, naja. Ja, jedenfalls so viel dazu. Ähm, Bleach jetzt abgeschlossen. Und dann geht's in den nächsten Updates immer mit was anderem los. Naja, ähm, so. Und dann kommen wir zu den nächsten Sachen, die weitergingen. Da hätten wir zum einen Comi Can't Communicate, Band 10 schon. Ähm, ja, da ist ja auch vor kurzem jetzt die erste Staffel vom Anime abgeschlossen bei Netflix. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Super Umsetzung. Und ja, der Band hier war auch wieder sehr schön. Ich fand hier vor allen Dingen mal gut, dass auch ein paar Sachen, ähm, ein bisschen länger da waren, sag ich mal. Also, ähm, die neue Charaktere, die in dem Band aufgetaucht ist, die hier, die war ja auch schon beim letzten bei diesem Aufsteller dabei, was ich ein bisschen weird fand, weil die ja jetzt hier erst aufgetaucht ist. Aber ja, die war auch den ganzen Band über ziemlich präsent. Also meistens, wenn da neue Charaktere auftauchen, sind die so für ein paar Kapitel da, ähm, freuen sich dann mit Comi an und tauchen dann immer mal wieder so ein bisschen auf. Aber die hier war ziemlich fast die ganze Zeit da, sag ich mal. Ähm, ansonsten auch noch hier kurz am Anfang, wollte ich darauf eingehen. Da hat Comi nämlich, ähm, nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal für so lange auch geredet. Also hier fast eine ganze Seite Sprechblasen von Comi, oh mein Gott. Ähm, ja, ich finde es schön, dass man so ihre Entwicklung sieht, wie sie auch wirklich sich jetzt mehr öffnet. Vor allen Dingen halt mit Tadano natürlich. Und, ähm, ja, hier gab es auch so ein bisschen so eine Art Flashback über Sachen, die bisher schon passiert sind irgendwie so. Ich glaube, weil jetzt irgendwie so ein Jahr vergangen ist oder irgendwie sowas. Ähm, ja, genau. Und dann, wie gesagt, kommt halt jetzt diese neue Charakterin, die halt ein, äh, Yaru ist. Also das ist ja diese, ja, wie soll ich sagen, so, so, so ein Modeding auch irgendwie in Japan. Ähm, dieser Stil auch mit dem, ähm, sehr krassen Make-up und so. Und die haben auch ein bisschen so Slang, den die dann sprechen, der hier, ja, recht witzig übersetzt wurde, halt auch mit vielen Sternchen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sie versucht haben, das hier auch in die Übersetzung mit einzubringen, dass man das halt trotzdem noch mitkriegt und es nicht einfach normal oder so übersetzt wurde. Aber ich glaube, das geht auch gar nicht, sonst versteht man ja nicht, ähm, was da gemeint ist. Also, dass sie halt schon besonders reden und so. Ähm, ja, und die halt hier sich auch sehr ausgeschlossen gefühlt hat und gar nicht wusste, warum sie alle quasi so ignorieren oder, ja, halt Angst vor ihr haben. Ähm, war dann sowieso mag mich keiner und, ähm, ja, wie sie sich dann so langsam mit dem Komi angefreundet hat und das fand ich halt richtig süß. Ich mochte die richtig gerne, die ist mir irgendwie sehr sympathisch. Ähm, und, ja, auch wie Komi dann später auch mit ihr und ihren Freundinnen Bowlen war und so. Fand ich auch sehr toll. Und hier gab es nämlich auch ein Kapitel zu, ähm, äh, wie heißt der nochmal? Schoske. Ist ja auch hier Komikun can't communicate. Oder er will eigentlich einfach nicht kommunizieren. Er könnte theoretisch, aber er will einfach nicht. Und dann, wo halt auch, äh, Tadanos kleine Schwester auftaucht und dann mit ihm reden will. Äh, super witzig. Ich hoffe, zu ihm sehen wir auch noch mehr. Generell zu Komis Familie. Ich will auch von den Eltern noch mehr sehen. Die sind alle super sympathisch und witzig und interessant. Ähm, ja, wie gesagt, die taucht hier halt dann auch noch häufiger auf. Ich weiß gar nicht, wie die neue Charaktere heißt. Ich habe ihren Namen jetzt leider ganz vergessen. Ähm, naja, und dann gibt es halt noch weitere Kurzgeschichten, ähm, so wie halt immer, ne. Da kann ich jetzt nicht auf alles eingehen, aber, ähm, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Es macht einfach immer wahnsinnig Spaß, Komi zu lesen. Ähm, so, und dann gab es auch einen weiteren Band von Kaffee Liebe. Ähm, ja, ich mag die Reihe ja sehr gerne, aber die ist wirklich sehr dramatisch teilweise. Ähm, aber ich fand wirklich die Kommunikation in dem Band hier sehr gut umgesetzt. Also, es war ja jetzt dieses ganze Drama halt um, ähm, Jano und Himmel, dass halt ja Himmel jetzt weiß, dass Jano in sie verliebt ist und deswegen einfach nicht mehr normal irgendwie mit ihr umgehen kann und jetzt dann halt auch mit der Arbeit im Café aufhören will, weil, ja, sie das einfach nicht mehr kann. Und jetzt gibt es da ja noch so ein paar, äh, so ein paar Sachen, so einen Abschluss quasi, wo, ähm, ja, ein paar Geburtstag hatten und sie das dann halt im Café feiern und da gipfelt dann das Ganze und sie möchte eigentlich gehen, aber Jano will nicht, dass sie geht und sie unterhalten sich mehrfach. Äh, und mehrfach ist Himmel so, nee, nee, ist schon alles okay, aber ich gehe jetzt halt, dies und das, ne? Ähm, aber Jano ist so, nee, können wir bitte so mehr darüber reden, so, und sie will halt wirklich, dass sie bleibt und dass sie halt auch versteht, dass nur weil sie jetzt in sie verliebt ist, muss das jetzt nichts in dem Sinne ändern. Also, sie möchte ja weiter mit ihr befreundet sein oder weiter einfach Zeit hier mit ihr verbringen und Himmel will halt nicht sich selbst und vor den anderen eingestehen, dass sie das auch will, weil sie halt denkt, dass das irgendwie nicht geht, weil das dann unangenehm wird und so. Und, ähm, dann sprechen sie halt wirklich nochmal miteinander und, ähm, weil Himmel hat halt immer noch dieses Problem, dass sie nicht so wirklich sie selbst sein kann und immer Schauspiel hat und das sagt Jano ihr dann halt auch, dass sie meint, so, das ist eine Lüge, so, sie hat das dann halt auch, ähm, durchschaut, was ihr sonst halt auch nicht so möglich war und, ähm, ich finde das einfach super gut umgesetzt und, dass sie dann halt am Ende auch zugibt, dass, ja, sie eigentlich weiterhin Zeit mit Jano verbringen will, auch wenn sie die Gefühle nicht erwidern kann und das finde ich halt auch gut, weil generell hasse ich solche Storys oder auch wenn das in echt passiert, wenn durch eine Liebeserklärung oder halt, dass jemand Gefühle hat, die Freundschaft dann kaputt geht, weil ich das auch immer nicht verstehe, weil, ja, ich weiß nicht so recht, ob das nur bei mir so geht oder, ich finde, da muss sich ja nichts ändern, so, nur weil jemand Gefühle hat, ändert sich ja nicht, was bisher war und, klar, es ist am Anfang ein bisschen awkward oder so, aber, come on, so, das, warum, ähm, ja, naja, und, ähm, ja, dann geht's halt quasi einfach so weiter, sag ich mal, nach dem, den beiden das dann auch so, damit es ist, dass sie hier halt ausgesprochen haben und dann gehen sie auch auf so eine Art Ausflug und da kommt's dann halt zu so ein paar Problemen, wo sie dann auch alle zusammen im Bad sind und Himi das dann halt, äh, unangenehm ist, weil sie das halt von Jano weiß, wo ich aber auch so bin, keine Ahnung, warum ihr das dann, also, irgendwie, ich persönlich verstehe nicht, warum das dann komisch ist, aber, naja, irgendwie schon, aber, keine Ahnung, es ist irgendwie so ein bisschen weird. Naja, und dann, äh, ich überblätter das mal hier so, im Bater sind die alle nackig und, äh, ja, dann reden sie halt hier nochmal miteinander und stellen halt wirklich so, ja, so Boundaries auf und das finde ich halt auch schön, das zu sehen, wie sie dann halt so ist. Okay, die Umarmung war jetzt okay, aber hier wäre es jetzt vielleicht nicht okay, wenn so mit mehr mit Körperkontakt und das halt in manchen Sachen okay ist und in manchen nicht und dann ist sie hier so Händchen halten, ist okay, Umarmung auch ab und zu, aber baden will sie halt nicht und, ja, und ich finde das schön, einfach, wie sie das besprechen, das finde ich eigentlich auch ziemlich realistisch und einfach diese Kommunikation, weil es, ich meine, es gibt ja viele Manga mit viel Drama und so weiter, aber da reden die Leute dann einfach nicht miteinander, da ist dann immer diese Misskommunikation und dann wird da nur so rumgeeiert und dann im Endeffekt klärt sich das dann relativ schnell, nachdem die dann einfach nur endlich mal miteinander reden, aber es ist nicht wirklich, was sie reden, sondern weil sie vorher nicht geredet haben und das regt mich immer auf, weil ich mir so denke, reden doch einfach miteinander und hier tun die das dann halt auch wirklich und auch wenn es ein bisschen dauert, bis sie das dann geklärt haben, wie soll ich sagen, reden sie halt wirklich. Also es ist nicht durch Misskommunikation, sondern durch, ja, durch einfach generell, dass sie halt noch nicht ausdrücken konnten, was sie wirklich wollten, aber sie haben es dann gesagt und das fand ich gut. Ja, nur, ja, es gab jetzt halt sehr viel Drama und ich hoffe halt trotzdem, dass halt auch Himmel bald die Gefühle erwidert, weil es ist ja immer noch eine Love Story und so schön ich es auch finde, dass sie das jetzt geklärt haben und dass sie halt, obwohl Himmel die Gefühle nicht erwidern kann, weiterhin Freundin sind, möchte ich ja, dass sie sie irgendwann erwidert wegen der Story so, ne. Mal sehen, wie lange das halt braucht. Aber ich mag die Reihe auf jeden Fall weiterhin sehr gerne. Also es gibt viele Girls, auch bei denen einfach wahnsinnig lang nichts passiert, aber wo es dann halt auch im Endeffekt trotzdem nur Freundschaft ist oder so, weswegen ich das dann halt so, naja, finde oder halt nur so, wie soll ich sagen, angedeutet und so. Hier ist auch lang nichts passiert, aber es scheint wirklich auf was hinaus zu laufen, deswegen mag ich es halt und auch die Charaktere und so weiter. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ich labere so ein bisschen rum, aber ja, hier auch noch das Backcover und ja, dann ebenfalls noch ein Fortsetzungsband. Ups. So, Cased Heaven, Band 5 sind wir jetzt auch schon. Der ist ja jetzt auch schon in Japan. Ich glaube, mit 8 Bänden waren es abgeschlossen und ich hoffe, da läuft es dann bei uns jetzt auch ein bisschen schneller, weil er ja immer so lang irgendwie zwischen den Bänden ist. Ich weiß auch nicht so ganz, warum. Aber naja, der Band hier war eigentlich für ein Cased Heaven Band relativ, ja, wie soll ich sagen, ist nicht so viel passiert. Also diese Bände sind ja sonst immer ziemlich dramatisch und da gehen einige Dinge an, wo man so ist, oh mein Gott, what the fuck, so. Aber hier, der war eigentlich jetzt, ja, wie soll ich sagen, also sie sind halt auf so eine Klassenfahrt gegangen und es ging mehr so ein bisschen um Freundschaft auch, würde ich sagen. Also, vor allen Dingen hier mit den drei hier halt auch, die immer zusammen abgehangen haben und mit den beiden hier, die sind dann auch noch so dazugekommen und da hat sich dann so eine kleine Freundschaftsgruppe gebildet, wie soll ich sagen, wie man das so ein bisschen auf Klassenfahrten halt so kennt und das fand ich eigentlich so voll cute, dass auch Asusa dann halt so ein bisschen mehr so in das Klassengefüge so reinkam und also zumindest von denen, mit denen die da halt so abgehangen haben und natürlich dann gegen Ende ist dann noch so ein bisschen was passiert, auch mit ihm und Karino, der sich eigentlich bis auf so ein paar Sachen relativ freundlich mit ihm verhalten hat, was Asusa dann auch irgendwie so ein bisschen komisch fand und dann auch so ein bisschen ihn mehr oder weniger auch provoziert hat, damit irgendwas passiert, weil er, glaube ich, das nicht so ganz einordnen kann und so ist, ja, unsere Beziehung ist doch eigentlich nicht so, also nicht schön in dem Sinne und er dann eigentlich auch gar nicht so diese Freundlichkeit, wenn man das so nennen kann, aber halt so annehmen konnte oder so. Ich meine, generell ist denen ihre Beziehung ja voll toxisch und so, aber ja, es scheint sich da halt jetzt auch gefühlsmäßig ein bisschen was zu tun und ja, mal sehen, wie das in den weiteren Bänden dann noch verläuft, weil Karino ihn halt, habe ich auch das Gefühl, immer so ein bisschen, ja, so heimlich quasi beschützt auch vor den anderen, also ich meine, die haben ja auch so, ich sag mal, so ein Abkommen oder whatever, aber müsste der ja auch nicht machen oder so, sag ich mal und er will ja trotzdem noch so seine Position als König in der Klasse halten und da sind ja auch schon viele, die dann so meinen, wieso macht er nichts, so das Target ist doch da, um gemobbt zu werden und so und da ist ja auch irgendwie so einer, der dann, also da so irgendwie, ja so, wie soll ich sagen, heimlich gemobbt hat oder so, ich dachte, da kommt irgendwie so ein großer Reveal, wer das jetzt war, weil das so ein bisschen so die ganze Zeit war, so wer ist das, der da die ganze Zeit was macht und dann war das nur irgendwie so ein Typ oder so, ich weiß nicht und dann, ja, war das dann auch wieder okay ja, deswegen wie gesagt, ein bisschen unspektakulärer Rabant, aber trotzdem sehr schön und ja, so, das war es auch schon mit Tokio Pop, wobei, nee, da ist ja noch eine Sache, die liegt hier drüben, hast du vergessen, da habe ich nämlich was gewonnen, diesmal auch recht überraschend, ich war dann so, als so dieses Paket ankam, ich war so, ja, habe ich noch irgendwas bestellt und dann war es einfach das, was ich gewonnen hatte bei Manga Passion, bei den Adventssachen war das dabei und zwar von Jona, Band 31 in dieser Limited Edition, die geht jetzt auch gar nicht ganz aufs Bild, die ist ziemlich groß, das ist auch hier nur die Verpackung, ich hole das jetzt auch nicht nochmal raus, weil das ist da ziemlich fett drin, aber also, ich habe die Sachen ausgepackt, nur ich zeige erst mal nur so die Verpackung, also hier sieht man es auch nochmal hinten drauf, schau mal die, da ist ein Kalender drin, ja und halt vorher natürlich, Moment, will ich das jetzt hin, alles in der Gegend rum, Jona, Band 31, den konnte ich jetzt natürlich noch nicht lesen, weil ich habe Jona nur bis Band 10 durchgängig und dann habe ich noch Band 16, ich weiß auch noch nicht, wann ich den weiter kaufe, der ist jetzt halt nicht so weit oben auf meiner Prioritätenliste, aber ich will den auf jeden Fall noch fortsetzen und dann habe ich jetzt den schon mal, was mich sehr gefreut hat und ja, dazu gab es halt, wie gesagt, diesen Kalender, den benutze ich jetzt auch, ich habe übrigens, einfach fünf Kalender jetzt für dieses Jahr, also halt zum einen den hier, Moment, ich zeige mal den Antrag an, so, der hier und dann habe ich auch noch, den kann ich da kurz nochmal ins Bild halten, weil der hier neben gleich hängt, der von Atelier of Witch Hat, den habe ich jetzt auch mich entschlossen, den zu benutzen, weil den muss man hier so abreißen, aber man kann die Bilder aufbewahren, deswegen bin ich so, alright, wenn ich ihn schon habe, so, ich wollte es eigentlich nicht, weil es den quasi kaputt macht, aber, aber dann wollte ich ihn halt doch benutzen, weil es ist irgendwie eine Verschwendung und dann habe ich halt noch einen von der Zeichnerin von Bound, das ist aber so ein Endless-Kalender, den kann man jedes Jahr benutzen, dann noch den von Alcheverse, den ich auch noch später zeige und dann habe ich bei Kaze noch random einen gewonnen, vom Schleim, ja, die hatten irgendwie so ein paar kleine verlost, irgendwie die auch nur so 7 Euro kosten oder so, deswegen frag ich mich, wie groß der ist, aber der kommt auch bald an, ich finde so, wie viel Kalender eigentlich noch, ich hatte auch schon fast überlegt, bei Kaze noch welche zu kaufen, weil die von Jujutsu Kaisen und Haikyuu runtergesetzt wurden, aber da war ich so, ich kann nicht noch mehr Kalender kaufen, die sind ja ganz schön, aber, naja, jedenfalls, der hier, ja, ich glaube, ich zeige da jetzt einfach mal so, einmal durch, würde ich mal sagen, es ist halt so ein bisschen mit dem Umblättern, ach so, die Bilder sind auch noch auf der anderen Seite, also man sieht so, über die Monate sieht es halt so hier immer aus und dann auf der anderen Seite die Bilder, so, ich hoffe, das geht so, also von Januar, jetzt ist das natürlich da hinten, das war jetzt so, Februar ist jetzt gerade, nee, März, na, das könnte jetzt ein bisschen dauern, sorry, aber es geht nicht schneller, so, Brill, es ist halt auch, ich kenne ein paar Charaktere halt auch einfach noch nicht, weil ich halt noch nicht so weit bin bei Jona, aber, ups, mir haben die ersten zehn Bände schon ganz gut gefallen, es war jetzt halt nicht so was, wo ich halt so, sofort war, so, ja, ich muss da jetzt gleich weiter kaufen oder irgendwie so, ich habe einfach zu viele laufende Reihen und, ja, ich gucke auch mal, ob ich den vielleicht, ob ich die Bände vielleicht, gebraucht finde, weil den einen sechzehnten Band, den ich auch habe, den habe ich über Tausch-Ticket gefunden und dann dachte ich mir auch, nehme ich den hier schon mal mit, wo es den hier günstig gab und dann, deswegen habe ich den schon und die Reihe hat jetzt halt auch schon so viele Bände und ich glaube, der ist ja auch mal zu einer Zeit monatlich erschienen oder irgendwie so, deswegen war der dann auf einmal voll weit und dann, ja, ist das halt ein bisschen schwer, dann hinterher zu kommen, ja. So, das war es dann auch der Kalender. Okay, ähm, Moment, ich muss jetzt mal alles wegräumen hier. So, und dann geht es weiter mit Egmont. Da hätten wir dann zum einen Therapy Game Re, der erste, also ist jetzt quasi die Fortsetzung, eigentlich einfach quasi wie der dritte Band von Therapy Game und, ähm, ja, ich war auch sehr froh, dass es da eine Fortsetzung gibt. Ich mag das Pärchen hier sehr gerne und es geht halt einfach weiter mit ihrer Story. Also jetzt hier im ersten Band geht es halt darum, dass, äh, Shizuma jetzt endlich Tierarzt geworden ist und da jetzt halt in seinem Beruf viel zu tun hat und die beiden sich dann halt deswegen, ähm, nicht sehr oft sehen können und dann halt irgendwie damit klarkommen müssen. Und es ist halt einfach so, ja, wie soll ich sagen, Beziehungssachen halt. Ähm, es ist einfach sehr schön, die beiden weiterhin zu sehen. Ich mag es ja auch generell gerne, wenn Manga weitergehen, nachdem, ähm, Leute in eine Beziehung gekommen sind, weil viele Sachen, vor allen Dingen Einzelbände, manchmal auch enden einfach, wenn die beiden zusammenkommen und dann bin ich immer so, ja, ich möchte eigentlich auch sehen jetzt, wie die so als Pärchen interagieren, vor allen Dingen auch noch mit anderen Leuten oder so. Finde ich mal ganz interessant. Deswegen, ja, fand ich schön, dass es jetzt hier weitergeht. Und der zweite von Egmont ist Assa und, ähm, Mitya, Mitya, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ähm, wie man den Namen ausspricht. Ich hab, äh, die japanische Aussprache nachgeguckt, da ist es Mitya, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass man den Namen nicht gut in Katakana schreiben kann. Ähm, ich glaube, der Charakter ist ja auch irgendwie russischer Abstammung oder so, deswegen vielleicht Mitya, aber ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Also, ich sag jetzt einfach Mitya, weil es im Japanischen so geschrieben ist. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, ist das hier Band 1, der wird auch mit zwei Bänden abgeschlossen sein. Der ist ja übrigens von der Mangaka hier, mit dem witzigen Namen, Billy, Bali, Bali, ich find das irgendwie sehr witzig, äh, und von der kommt ja noch bei Hayabusa bald Thanks raus, auf den ich mich irgendwie schon total freue. Da geht's ja um Vampire und so. Und deswegen war ich hier dann jetzt auch gespannt. Ähm, und der Band hat mir auch ganz gut gefallen, aber irgendwie fehlt mir noch so ein bisschen was. Ich denke, meine richtige Meinung darüber kann ich erst sagen, wenn der dann halt abgeschlossen ist mit dem nächsten Band. Ähm, aber ja, schon mal so allgemein dazu. Ähm, es geht halt um diese beiden Schüler, also Assa und Mitya logischerweise. Und eigentlich ist die Story ziemlich simpel. Die beiden treffen sich auf dem Schuldach und haben dann was miteinander und sind dann zusammen. ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, weil es ist einfach so die erste Seite. So, die treffen sich da einfach. Und dann, so passiert das hier. Und dann hier so wird halt so ein bisschen erklärt, wie die halt zusammenkommen. Und dann sind die einfach zusammen schon irgendwie so am Anfang. Und es ist so ein bisschen random, aber okay. Und, äh, dann sieht man eigentlich einfach nur, wie die die ganze Zeit halt voll verliebt sind. Also die sind auch wirklich krass verliebt. Das ist eigentlich schon ein bisschen grenzt an Besessenheit, weil die dann auch so Sachen sagen wie, ja, wir brauchen nur einander. So, die anderen können doch ruhig alle verrecken. So, das sagen die wirklich wortwörtlich. So, ähm, und, ja, das ist eigentlich der Grundaufbau der Story, sag ich mal. Also, wir erfahren dann noch ein bisschen Hintergrundgeschichte, also auch ein bisschen so als Erklärung auch warum, die so voneinander auch irgendwie abhängig sind. So, vor allen Dingen, der eine hat eine ziemlich schlimme Vergangenheit und, ähm, hat sich dann auch so ein bisschen in Beziehungen und sowas geflüchtet. Und deswegen hängt der halt auch so sehr an dem anderen dann. Und, ähm, ja, dann gibt es auch noch so ein paar Szenen in der Schule, die mochte ich am liebsten, weil ich fand einfach die Interaktion zwischen den beiden, und vor allen Dingen dann mit den, ähm, Klassenkollegen fand ich ziemlich witzig. Und, ja, das hat mir eigentlich so am besten gefallen. Ähm, und mehr ist eigentlich auch gar nicht richtig passiert, weswegen meine Meinung zu dem Manga bisher so, ich weiß, noch nicht so recht ist. Also, ich fand ihn auf jeden Fall gut, aber es war noch so ein bisschen, ja, wohin führt das Ganze jetzt noch? Und, wie gesagt, ich fand halt die Beziehungen ein bisschen sehr so, waren wie so besessen voneinander. Aber es hat sich auch schon ein bisschen, sag ich mal, gebessert im Laufe der Reihe, wo die dann halt auch mit den Klassenkollegen, also im Laufe des Bandes, äh, mit den Klassenkollegen so interagieren und da so ein bisschen auftauen, sag ich mal, und einfach mal mit ein paar anderen Leuten zu tun haben und nicht nur zu zweit sind die ganze Zeit. Ähm, aber ja, wie gesagt, da sag ich dann ein bisschen mehr noch zu, wie ich es finde beim zweiten Band. Aber, war schon ganz nice und der Zeichenstil schön. So, ähm, das waren auch schon alle von Egmont. Dann kommen wir zu Kaze. Da ging es weiter mit Bright Sun Dark Shadows. Ein sehr schönes Cover. Ja, da gibt es erstmal, wo ist das Ding hier? Wie immer in der Erstauflage. Ich habe schon das Gefühl, die wissen schon nicht mehr, was die auf diese Zettelchen schreiben sollen. Hier ist jetzt halt so ein bisschen was zu, äh, Ryunosuke drauf. So ein paar Infos einfach. Und, äh, ja, zu dem hier fällt es mir immer ein bisschen schwer, so die Story zusammenzufassen, weil da so viele Sachen so durcheinander auch passieren mit diesem ganzen Zeitzeug. Ähm, ja, da war halt dieser Kampf gegen, äh, Shide. Und dabei löst sich irgendwie, äh, Ryunosuke, ähm, also, der ist ja mit seiner Schwester irgendwie so, also er ist irgendwie, wie kann man das nennen? So, seinen, seinen Schatten, ich oder sowas, ist quasi auf sie übergegangen, oder kann man es überhaupt Schatten nennen? Ähm, und deswegen sind die ja so zwei in einer Person quasi. Und der löst sich dann irgendwie und ist dann im weiteren Verlauf irgendwie an Shinpei dran irgendwie, wie man das so nennen kann. Weswegen Shinpei dann halt jetzt auch so ein bisschen in die Zukunft gucken kann, weil, ähm, der das ja auch konnte. Genau. Ich würde sagen, so kann man das erklären. Und, naja, dann springen sie halt nochmal ein paar Mal in der Zeit rum. und im Endeffekt kann leider Frau, äh, äh, Nagumura, oder wie sie es nochmal hieß, also, ne, die Schwester, äh, leider nicht gerettet werden. Und sie müssen sie dann halt, äh, ja, ich sag mal zurücklassen, weil sie einfach nicht mehr, äh, genug zurückspringen können in der Zeit. Und, ähm, ja, das fand ich ziemlich traurig. Und, ähm, sie ist dann halt so, ja, ich vertraue dir meinen Bruder an und so weiter. Deswegen, wie gesagt, hängt er jetzt quasi so an ihm dran. Ähm, und, ja, dann finden sie auch noch heraus, dass Ushio wieder zurückkehren kann. Wie genau das erklärt wird, kann ich jetzt nicht genau wiedergeben. Ist auch ein bisschen kompliziert. Ich habe es schon an sich verstanden, aber es war so ein bisschen, oh, okay, äh, ja, irgendwie, weil das so eine andere Version von ihr ist und die ist dann noch nicht in dieser einen Zeitlinie und so weiter und dann geht das halt irgendwie. Ähm, ja, mal sehen, wie das dann, äh, vonstatten geht. Und, äh, ja, ich glaube, mehr ist eigentlich auch nicht so, jetzt wirklich nennenswertes, äh, passiert. Ähm, sie haben jetzt auf jeden Fall einen Plan, wie sie, ähm, denen entgegen gehen wollen. Und, ja, es sind ja auch nur noch zwei Bände. Deswegen, mal schauen. So, ähm, dann ging es auch weiter mit My Pretty Policeman, Band 2 und A, der war wieder so toll. Also, ich liebe die Reihe wirklich. Der Humor ist einfach so gut. Ich habe mich da weggelacht an einigen Stellen. Ähm, ja, also die beiden, ähm, Moment, nochmal den Namen nachgucken. Shin und Seiji ziehen jetzt endlich zusammen. Oh, ich glaube auch, ist das ein Fehldruck, ähm, weil eigentlich Seiji schreibt man nicht mit zwei J da drin. Das sehe ich jetzt erst. Lol. Da ist wohl ein J zu viel. Ähm, naja, die beiden ziehen jetzt auf jeden Fall, ähm, zusammen, nachdem sie jetzt zusammengekommen sind, ähm, wohnen dann so zusammen. Und da ergeben sich einfach auch sehr viele witzige Situationen wieder. Ich, äh, finde es auch einfach nice. Ich habe auch gerade die richtige hier aufgeblättert. Ähm, wie halt immer darauf eingegangen wird, dass Seiji halt schon älter ist mit 40. Weil er dann so ist, er hat jetzt so eine Vorsorgeuntersuchung und da wird auch sein Darm gecheckt. Und deswegen können sie halt jetzt erstmal nicht miteinander schlafen. Und halt auch das Ergebnis oder bei diesem Check da hat man halt auch so ein bisschen was gesehen, wo der Doktor dann so war, ja, also, es ist eigentlich eine Einbahnstraße und so. Und ich war so, oh mein Gott. Einfach so richtig witzig. Ähm, ja, es gibt aber auch viele sehr romantische Momente zwischen den beiden und Seiji taut auch immer wieder so ein bisschen weiter auf, sag ich mal. Und, ähm, ja, es ist einfach, einfach super süß so. Weil es ist, es gibt einfach so, so viele Momente, die ich einfach so witzig fand und dann wieder andere, die ich so süß fand. also, ich kann die Reihe halt wirklich nur empfehlen. Die, die ist einfach super toll. Ähm, ich finde den Zeichnsteel auch super und, ja, leider noch mit dem nächsten Band schon abgeschlossen. Traurig, traurig, aber es ist halt einfach so eine Reihe, die jetzt nicht, äh, ja, die so ein bisschen mehr so random Situationen einfach sind, wo es halt nicht so eine große Story ist. Da gab es dann ja auch in dem Band nochmal so ein Dings mit so einem Einbrecher, was ich so ein bisschen, ja, nicht direkt unnötig fand, aber es war halt so, es kam mir so vor, als ob die das noch so mit reingepackt haben von wegen, ja, der eine ist ja Polizist, da muss jetzt noch irgend sowas passieren oder so, aber naja, war auf jeden Fall wieder sehr schön. Und dann habe ich mir noch eine kurze Reihe geholt, die ich schon länger auch im Auge hatte und bisher irgendwie nicht dazu kam, und zwar Don't Be Shy, ähm, ja, in den zwei Bänden ist das auch abgeschlossen und das ist halt wirklich mehr ein schonen Ei. Also, da gibt es eigentlich nur eine, glaube ich, explizite Szene und die war auch nur ziemlich kurz. Also, ja, mehr sowas Cutes und ich fand die super witzig. Also, die ist auch sehr viel Comedy. Ähm, es geht halt im Grunde darum, dass da in dieser einen Stadt zwei Gangs sind und die beiden sind halt die Anführer dieser Gangs und das sind aber nicht solche Gangs, die irgendwie, ähm, Probleme schaffen oder sowas, sondern mehr so eine, wie nannten die es nochmal, so eine Nachbarschaftswache oder sowas, gibt es auch in Japan, häufiger habe ich gehört, ähm, wo die halt einfach so der Bevölkerung ein bisschen helfen, den Leuten so in dem Viertel und so und, ähm, ja, die beiden streiten sich halt die ganze Zeit und der Grund dahinter ist eigentlich, dass der hier total schüchtern ist und auf den anderen steht beziehungsweise am Anfang denkt er nur, er will einfach mit ihm befreundet sein, er bewundert ihn halt wegen so einer Sache, die in der Vergangenheit passiert ist und, ähm, aber, naja, er merkt dann auch recht schnell, dass er halt auf ihn steht eigentlich und er ist halt, wie gesagt, super schüchtern, das sagt ja auch schon der Titel und kann dann nicht mit ihm reden und wird dann immer nervös und dann schreit dem einfach irgendwas entgegen und, äh, beleidigt ihn und so und er ist aber eigentlich voll der nette Typ und das weiß der andere halt auch nicht und dann, ähm, ja, hier so wie, was willst du und so und dann, ich finde es halt auch süß, wie, ähm, die, äh, die anderen in dieser Gang dann immer so über den Boss reden und auch manchmal so sind so, ja, Boss, du kannst es schaffen so und sind so, oh, wird er jetzt endlich normal mit ihm reden können und dann lässt er wieder irgend so einen Scheiß vorm Stapel und es ist einfach super witzig und, äh, generell waren da viele witzige Szenen, ich sag nur, das ein Rat, ich hab mich weggeschmissen, ähm, ja, und, naja, dann irgendwann kommen sie natürlich auch zusammen, logischerweise und das ist dann auch nochmal total witzig und, ja, mir hat die Reihe generell einfach sehr gut gefallen, also, ja, wenn ihr was Witziges und Süßes lesen wollt, kann ich den auf jeden Fall empfehlen. so, dann, äh, kommen wir zu Ultraverse, wo ich diesen Monat tatsächlich gar keine Neuheiten hab, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, da ja diesen Monat BGLX rauskam, aber ich hab den mir jetzt erstmal noch nicht gekauft, ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn kaufen werde, ich mag ihn an sich sehr gerne, ich hab den nämlich online schon komplett gelesen, deswegen, ich kann ihn auch auf jeden Fall empfehlen, falls da jemand überlegt und den halt noch nicht kennt, aber, äh, ich wollte jetzt halt nicht noch eine teure Reihe anfangen und da es jetzt auch keine Extras mit dem ersten Band gab und so weiter, war ich dann auch so, ich überleg mir das noch, ähm, es wurde jetzt auch ein Schuber angekündigt, ja, wo ich dann halt jetzt noch nicht so ganz weiß, aber, ähm, im Moment erstmal noch nicht, äh, wir werden, wir werden sehen, was die Zukunft bringt, ähm, aber naja, ich hab aber trotzdem ein paar von Ultraverse, ähm, was halt keine Neuheiten waren, und hab ich endlich mal eine Reihe auf aktuellen Stand gebracht, ähm, das war auch ein bisschen, weil ich noch bestellen wollte bei Ultraverse wegen dem Kalender und dann dachte ich mir, okay, wo bin ich denn jetzt hier nicht aktuell und dann hab ich jetzt endlich keine Cheats für die Liebe weitergekauft, da hatte ich ja sehr lange jetzt, ähm, nur Band 1 und 2 und Band 7 und 8, die ich mir geholt hatte wegen diesen Acrylaufstellern, ähm, wo es mich übrigens überrascht, dass es, äh, nur von dem Hauptpairing, sag ich mal, von den beiden hier, ähm, Figuren gibt und von den anderen beiden nicht, aber, naja, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, hab ich hier Band 3, so, der Rückseite, du hast zu sehen ja ein bisschen, ähm, 4, 5, 6, und dann, 7 und 8 hatte ich ja schon, dann noch Band 9, übrigens hier ist, äh, Ringfit Adventure hinten drauf, das hab ich mir letztens auch gekauft, ein bisschen Sport machen, äh, und Band 10 und, äh, das wird ja dann auch mit dem elften Band, äh, abgeschlossen sein, deswegen dachte ich mir auch, das ist doch jetzt eine gute Gelegenheit, wenn der dann kommt, dann hab ich den, da kann ich den auch gleich holen und dann ist das halt, äh, ja, abgeschlossen. Ansonsten, was kann ich noch zu der Reihe sagen, äh, also ich mag sie auf jeden Fall super gerne, ich hab, äh, die auch richtig schnell gelesen, ähm, so, ich mochte ja auch die ersten beiden Bände schon sehr gerne und, äh, ja, ist einfach, äh, das Gute daran, finde ich halt, ist wirklich die, die Comedy-Sachen, es ist ja auch, glaube ich, unter, es ist unter Comedy, ich dachte, stand nicht Slice of Life drauf, bei den ersten beiden oder so, ich weiß nicht, äh, und halt auch Romans, also es ist Rom-Com, Slice of Life, auf Otaku-Sachen einfach, die, die Anspielung auf gewisse Anime und Manga finde ich halt immer super toll, ähm, musste sehr viel lachen auch und, ja, ich mag auch übrigens, äh, das Pärchen, sind sie hier drauf, genau, ähm, dieses Pärchen hier auch ganz gerne, ähm, weil sie halt ja auch so ein Tomboy-Charakter ist und kein Makeover bekommt, das finde ich wirklich toll, weil immer wenn da solche Charaktere sind, dann irgendwie, wie soll ich sagen, äh, dann, wenn die sich verlieben, sind die dann immer so, ja, jetzt muss ich für meinen Partner irgendwie mehr feminin, aussehen oder irgendwie so ein Scheiß und das, das regt mich nämlich immer auf, wenn die dann irgendwie so ein Makeover bekommen und es gar nicht denen ihr Stil ist oder so, aber sie bleibt einfach, wie sie ist und das finde ich super toll und, ähm, ja, deswegen, ja, freue mich jetzt auch dann schon auf Band 11, ich weiß gar nicht, ob der schon, ich glaube, der wird noch nicht angekündigt, aber das wird dann auf jeden Fall der Letzte sein, ja. So, dann kommen wir zu Carlsen, wie immer der größte Stapel beziehungsweise auch noch Hayabusa, also die zeige ich jetzt mal zuerst, weil das halt, ähm, nur zwei Bände sind und zwar hätten wir da als erstes Birds of Shangri-La Band 1, ähm, ja, das Cover ist auch recht dunkel so, ähm, da zeige ich auch gleich mal die SNS Card, die einfach nur das Cover ist, was ich ein bisschen schade finde, aber, naja, ähm, ja, das ist ja der neue Manga von Ranmaru Tsariya, also die Mangaka von Koyote und Liquor and Cigarette und die mochte ich ja beide schon sehr, sehr gerne und ich fand auch vor allem den Zeichenstil sehr schön, kann ich ja hier auch mal zeigen, Moment, ähm, hier von dem ersten Kapitel, das finde ich sehr schön ist, das fokussiert, ich glaube schon, ja, also der Zeichenstil ist wirklich wahnsinnig schön und, ähm, bei dem hier war ich kurz ein kleines bisschen verwirrt, was die Story angeht, weil ich den Klappentext auch nicht gelesen hatte, ich lese meistens keine Klappentexte, ähm, aber, ja, es ist nämlich halt so, dass es gibt halt da diesen, also in diesem Shangri-La, das ist so ein Bordell, das halt auch als so ein Paradies irgendwie angesehen wird, auf so einer kleinen Insel und, ähm, da sind halt auch nur Männer und, also Birds sind halt auch die Prostituierten, dort werden halt die Vögelchen genannt, die Birds, ähm, und dort kommt halt jetzt einer hin, ähm, der heißt Apollo und der soll sich dort, also der soll dort auch arbeiten, aber ich hatte das erst nicht so ganz verstanden, weil ich so war, ähm, also ich dachte, der arbeitet halt auch als Prostituierter quasi, aber er kümmert sich dort nur um die anderen und, wie stand das auf dem Klappentext nochmal, er bringt sie in Stimmung, bevor sie ihre Kunden bedienen, ähm, ja, also man kann sich ja denken, was da so passiert, aber er darf trotzdem nicht so ganz mit ihnen schlafen und sich auch nicht verlieben, also es ist halt nur so ein Arbeitsverhältnis, wie hier halt auch steht, ähm, genau, der, also die Gründe, aus denen der es macht, war ich so ein bisschen alright, aber, naja, und, ja, also der braucht halt auf jeden Fall auch Geld einfach und der ist dann halt dort und dann, naja, wird der halt einem zugeteilt, äh, Vieh heißt der und die werden sich dann wohl auch im Weiteren näher kommen, so bis jetzt ist noch nicht so super viel in die Richtung passiert, ähm, aber ja, das ist halt so quasi der Anfang. Das Einzige, was mich hier ein bisschen gestört hat, ist, was leider auch bei Beuslov generell öfter mal vorkommt, es wird immer so darauf beharrt, dass, ähm, hier Apollo hetero ist und es wird halt auch die ganze Zeit so gesagt, so und die ganzen dort in diesem Bordell sind auch so, uh, so ein Hetero-Typ und das finden die voll attraktiv und sowas. Ich bin so, hä, was ist denn bitte geil daran, dass er nicht auf euch steht oder so? Also, ich, ich verstehe das dahinter nicht und das passiert so häufiger in So Beuslov, dass da immer so drauf beharrt wird und auch wenn dann, wenn dann aber dieser Charakter dann doch mit einem Kerl zusammenkommt, ist es so, okay, jetzt ist er halt schwul und ich bin so, schon mal was von Bisexualität gehört oder so? I don't know. Aber hier ist es halt auch noch so, dass halt wirklich gesagt wird, dass er nicht auf die steht und so und das ist auch eigentlich fast den ganzen Band über noch recht klar, sag ich mal. Das wird sich ja bestimmt in Zukunft ändern, aber ja, ich weiß nicht. Das fand ich halt so ein bisschen merkwürdig. Ansonsten hat er mir sehr gut gefallen. Der Zeichenstil ist schön und ja, es ist halt mehr eine Story, die halt mehr auf den sexuellen Part auch fokussiert ist, sag ich mal. Also hier ist auch wieder die Empfehlung von Haya Booster. Die haben jetzt diese kleinen Flammen hier drauf. Also der ist sehr hot. Also ich glaube, vier ist auch das Maximum. Ja, also genau. Also falls man halt auch schon die anderen Sachen eigentlich von der Manka mochte, dürfte der auch ganz gut sein. Und ich weiß auch gar nicht, ob der zweite dann schon der letzte ist. Das hätte ich vielleicht nochmal nachgucken sollen. Aber ich glaube, der hat noch nicht so viele oder ist, glaube ich, auch schon abgeschlossen. Da muss ich nochmal nachschauen. Naja. So, und dann der andere, der noch rauskam, auch mit einer SNS-Karte diesen Monat, war Fuck Buddy. Ja, der Titel auch schon wieder sehr direkt. So, die Karte. Hier ist die hier. Die finde ich auch ziemlich schön. Das ist auch gleichzeitig hier die Farbseite. Und den hier habe ich schon online gelesen. Deswegen, als er angekündigt wurde, war ich so, Moment, irgendwie kommt mir diese Beschreibung von der Story so bekannt von. Aber ich so, ach, den habe ich schon gelesen. Der ist auch von Hinako. Sie hat bei Tokio Pop schon Blue Lust rausgebracht, der aber von der Thematik her wirklich sehr anders ist. Also weiß ich nicht unbedingt, ob Leute, ja, denen halt Blue Lust gefallen hat, denen hier auch mögen werden. Ist halt auch, wie er das Ganze auch schon sagt, so, auch mehr auf Sex fokussiert. Ist auch wieder mit diesen drei Flammen hier. Auf der Rückseite sieht man eigentlich auch ziemlich gut, wie die Story so verläuft. Das ist wie so eine kleine Erklärung. Ja, es geht halt darum, dass Ryo und Yuji, die halt Freunde sind, schon seit der Schulzeit. Oder ich weiß gar nicht, ob die nicht noch in der Schule sind, aber ich glaube eigentlich nicht. Ja, die sind halt miteinander befreundet und haben beide eine sehr hohe Libido und gehen dann halt eigentlich fast jeden Tag oder so raus, um irgendeine Frau zu finden, mit der sie halt schlafen können. Und ja, keine Ahnung warum, aber sie machen dann halt auch immer Dreier. So, die verstehen sich halt so gut, dass sie so sind. Das können sie dann auch zusammen machen. Naja, und da geht dann halt eines Nachts etwas schief, wie man hier sieht, wird Ryo in sein bestes Stück gebissen und Yuji muss sich dann um ihn kümmern und naja, sagen wir mal, er zeigt ihm dann auch andere, eine andere Art und Weise, ja, womit er sich Erleichterung verschaffen kann. Naja, und so geht das dann halt los und dann haben die beiden halt was miteinander und brauchen dann auch bald niemanden mehr zwischen sich, sage ich mal. Und dann ist halt so die Frage, kann daraus mehr werden? und ja, weiß ja, ob Wissli dann passiert. Aber ja, das ist halt so das Ganze, wie die Story losgeht. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es auch noch ein bisschen mehr Tiefe später hat, wo man dann auch noch so die Hintergrundgeschichten von den Charakteren kennenlernt, vor allen Dingen von ihm hier. Und ja, also mir hat der ziemlich gut gefallen. Ist halt, ne, wenn einem halt solche Storys halt generell gefallen, wenn man jetzt nichts haben will, was halt, ja, mehr so auf Sex fokussiert ist, dann ist der jetzt vielleicht eher nichts für einen. Aber ja, ich mochte ihn ziemlich gerne und ich mochte auch die Charaktere ganz gerne. Und wie gesagt, ich hatte den ja schon mal gelesen und war dann so, all right, den werde ich mir dann auch holen. So, dann kommen wir zu Carlsen. Da ging es dann weiter mit My Hero Academia Band 30. Ja, ich habe mir hier auch das normale Cover geholt. Da gab es ja diesen Monat auch ein Variant Cover von, ich glaube, einem Comiczeichner. Ja, was ich persönlich jetzt auch einfach nicht so besonders schön fand. Ich meine, es war jetzt nicht hässlich oder so, aber es ist jetzt einfach nicht so mein Stil. Und ich fand dieses hier wesentlich schöner. Also ich finde das richtig toll mit Darby. Ja, ich habe auch einige gesehen. Die haben sich auch zum Beispiel jetzt beide geholt oder so, aber das würde ich jetzt halt nicht machen. Naja, und der Band war auch wirklich sehr interessant. Die Sache ist die, was hier in diesem Band nämlich revealed wurde über Darby, da wurde ich eben auch schon gespoilert. Es ist, als diese Kapitel damals rauskamen halt in Japan, hat das online ziemliche Wellen geschlagen. Und auf TikTok fanden es dann nicht alle nötig, Spoiler zu kennzeichnen. Und dann habe ich das halt schon vorher gesehen. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, aber schon ein bisschen schade. Es wurde ja auch schon häufig vermutet, was mit Darby auf sich hat. Ich persönlich war nicht schlau genug, das vorher herauszufinden oder irgendwie mir zu denken. Das, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Aber, naja, fand ich cool, dass Leute das schon irgendwie erahnt haben. Naja, worum ging es also eigentlich? Jetzt ging ja hier der krasse Kampf, wie man auch hier sieht, cooles Bild, weiter halt, ja, mit Tomura und halt auch diesem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, dieser große, dieser Gigante halt, der, ja, durch die ganze Stadt da gewüstet ist und die Helden ja damit dann beschäftigt waren, die Bevölkerung zu evakuieren und währenddessen halt ja Deku mit, ja, Shigaraki kämpft. Ich benutze manchmal irgendwie den Vornamen, manchmal den Nachnamen. Naja, jedenfalls währenddessen, ja, hier ist auch noch ein bisschen was zu Toga, das fand ich auch ganz interessant und dann kommt halt Dabi auf den Plan und verkündet ganz laut und auch in einem Video, das er vorher aufgenommen hat, dass er eben Endeavers Sohn ist, Toya. Und, ja, man dachte ja, dass Toya gestorben ist und, also dachte zumindest Endeavor auch und dann kommt aber halt raus, dass es halt Dabi ist, dass er halt überlebt hat und jetzt sagt er halt der ganzen Bevölkerung, was Endeavor eigentlich für ein scheiß Vater ist und dass der total, ja, krank ist und an seinen Kindern Versuche durchgeführt hat, quasi um halt die beste Macke zu kreieren und so weiter und bringt das jetzt halt alles ans Licht und das finde ich auch super gut von ihm. Also ich meine, kann man ja auch voll verstehen, dass der es halt auch voll schlimm fand und ich habe auch Endeavor an sich noch nicht verziehen. Ich finde aber, dass Endeavor ein sehr interessanter Charakter ist. Also ich mag ihn als Charakter sehr gerne eben auch durch diese Sachen halt und dass er halt jetzt auch wirklich eigentlich versucht, ein guter Vater zu sein. Natürlich entschuldigt das nicht, was passiert ist und so weiter, aber man sieht ja auch, dass Shoto ihm schon mehr jetzt auch wieder eine Chance gibt und so weiter und ja, jetzt taucht halt Dabi beziehungsweise Toya auf und ist so, das wird jetzt nicht alles in Vergessenheit geraten, so und die Öffentlichkeit wusste das ja auch noch nicht und das, ja, verändert natürlich, wie die den sehen und er ist halt auch so, ja, wie kann es sein, dass der Held Nummer 1 so ein Scheißkerl ist und dann hat man auch ein bisschen was aus der Vergangenheit halt gesehen und ich bin auch wahnsinnig gespannt, was halt noch für weitere Sachen mit sich zieht halt dann in den nächsten Bänden und so jetzt auch, weil er hat hier nämlich auch nochmal angesprochen, wie halt auch Hawks hier Twice umgebracht hat und halt so von wegen, die Helden sind eigentlich auch nicht so cool und das, ich mag halt auch die Liga der Bösen ziemlich gerne eigentlich, weil auch wenn ihre Methoden nicht so gut sind, haben sie mit einigen Dingen halt schon auch recht und die Helden sind halt auch nicht 100% gut und dieses ganze Helden, wie soll ich sagen, Helden-Imperium, da wie das alles aufgebauscht wird und dass sie halt gefeiert werden, auch wenn sie eigentlich nicht immer nur gute Sachen machen und so und ja, finde ich einfach super cool, in welche Richtung das geht und dann ist nämlich noch eine coole Sache passiert, auf die ich eingehen wollte, wo ist es denn? Hier, Mr. Compress, wir haben endlich sein Gesicht gesehen, da wurde ich auch schon gespoilert, das ist echt, My Hero Academia-Spoilers sind überall online, vor allen Dingen auf TikTok, ähm, ja, und, ja, wir haben ja die ganze Zeit nicht gewusst, wie er aussieht, wo war jetzt hier nochmal seine Maske, hat man hier immer so nur gesehen und ja, surprise, surprise, he's hot. Ja, allerdings ist er auch so gut wie tot, ich weiß gar nicht, ob der das jetzt hier überleben wird oder überlebt hat, ähm, der ist ja hier halb auseinander gefallen, ich habe auch ehrlich gesagt seine Fähigkeit nicht so 100% verstanden, also halt mit Kompression und so weiter, aber, ja, okay, und naja, am Ende sind die dann aber ja abgezogen, also, ähm, Shigaraki hat ja erst nicht mehr so richtig reagiert, weil er halt überwältigt war von dieser Kraft von, ähm, all for one und das nicht so ganz kontrollieren konnte, aber dann, als er da wieder die halb verkohlte Hand da aufgesetzt bekommen hat, ähm, hat er es dann halt geschafft, äh, den Riesen da zu befehligen und, äh, die sind dann halt jetzt abgezogen und, ähm, mal sehen, was da weiterhin passiert, also wirklich ein sehr cooler Band, generell dieser ganze Kampf war wirklich nice inszeniert und, ähm, wie gesagt, sehr gespannt, was so die allgemeine Reaktion dann halt von der Bevölkerung ist und was für, äh, Sachen das jetzt nach sich zieht für Endeavor, also da sollte auf jeden Fall was passieren, ähm, ja. Naja, und dann haben wir noch als nächstes Dr. Stone Band 16, ach, der war auch wieder so gut, ich weiß nicht, über Dr. Stone bin ich immer so richtig glücklich, so nicht, dass ich nicht über andere Sachen auch sehr glücklich bin, aber der hebt einfach immer meine Laune, wenn ich den lese, ähm, ja, also da ist jetzt hier der, dieser Arc zu Ende gegangen über die Schatzinsel, wurde es, glaube ich, genannt, äh, also der Schatzinsel-Arc und es ging ja darum jetzt, äh, dass halt hier die Versteinerung losging und sie wollten ja diesen Anführer dort besiegen und ich fand das auch super cool, wie die das gelöst haben, dass die alle hier halt, äh, Senku so Hinweise gegeben haben, wie lang die Versteinerung braucht, sich auszubreiten und er dann einfach die Versteinerungsflüssigkeit in die Luft geworfen hat und die dann auf ihn gefallen ist, als er dann halt versteinert war und ihn dann wieder entsteinert hat, so, eigentlich relativ simpel, aber, äh, ja, sehr cool, dass er dem so entgehen konnte und dann noch mit der Hilfe von Wissenschaft und so weiter der Drohne und diesem einen, äh, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, Riu, Riu irgendwas, glaube ich, ähm, er hat ihm halt hier auch geholfen mit der Drohne und dann hat er den anderen versteinert. Ich finde es auch einfach witzig, dass er hier jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, versteinert und entsteinert wurde. Der hat das auch extra nochmal erwähnt und war so, ich bin der Erste, dem das passiert ist. Ähm, ja, äh, also sie hatten ja dann diesen, diesen Ohrring da befestigt an diesem, äh, ja, Versteinerungsdings, also die Medusa wird es ja genannt und, äh, ja, dann konnte er das so auslösen und hat den anderen dann versteinert, äh, Gott, versteinert, dieses ganze Steinern und dann haben sie auch, ähm, noch die gesamte Bevölkerung der Insel so Stück für Stück entsteinert und da sind dann auch noch ein paar interessante Leute gekommen, also da dieser eine, Moment, wo ist er denn? ist da aufgetaucht er hier, den finde ich auch schon sehr cool, ähm, nice, dass der jetzt auch mit dabei ist, also so ein neuer Charakter, mal sehen, ähm, und sie haben herausgefunden, durch den seine Erzählungen und so weiter, dass diese geheimnisvolle Stimme vom Mond kommt, dass dort dieser Komische ist, der sie halt auch versteinern will und die gesamte Menschheit eigentlich und der das alles ausgelöst hat und jetzt ist die nächste Mission auf zum Mond und, ah, ich freue mich schon richtig, sie wollen jetzt halt eine Rakete bauen, natürlich ist das ein großes Unterfangen, und das geht nicht mal eben so, deswegen gehen sie jetzt auch noch mal in, ähm, in das Dorf zurück und entsteinern den stärksten der stärksten, Zuckassar ist auch wieder endlich am Start, schön, dass das auch alles geklappt hat, wirklich toll, und, ähm, dann planen sie halt jetzt ihre nächste Weltreise, um, ja, jetzt diese ganzen Sachen zu beschaffen, die sie halt für die Rakete brauchen, also sie wollen jetzt hier verschiedene Städte für verschiedene Materialien, äh, gründen und dann damit halt die Rakete bauen, also das wird jetzt schon noch mal eine Weile dauern, aber finde ich auf jeden Fall sehr cool und ich bin schon richtig excited für die weiteren Arcs, mal sehen, ähm, wie das Ganze vonstatten geht, vor allen Dingen auch, was sie ja schon ein bisschen angesprochen hatten, ob es dann nicht irgendwie, ich sag mal, zum Krieg, zu einer Revolte oder irgendwas kommt, wenn da halt jetzt so viele Leute entsteinert werden und so viele Leute wohl leben und so weiter, man weiß ja über die Weltgeschichte Bescheid, wie das alles so passiert ist, und, äh, aber dann meinten die nur so, naja, zu Kassa ist ja stark, da wird schon keiner angreifen, aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert, naja, ich freue mich dann schon sehr auf den nächsten Band. So, der nächste ist dann ein Boy's Love, ähm, Forest of Rabbids, und der hat mich wirklich, äh, wie soll ich sagen, sehr überrascht, sehr positiv überrascht, über den war ich sehr froh, den habe ich auch erst vor kurzem gelesen und, ja, ich war mir erst nämlich noch unsicher, ob ich mir den kaufen soll, einfach weil ich so war, naja, ne, wenn ich jeden Boy's Love kaufen würde, rauskommt, das geht ja auch nicht, ähm, aber der ist von, äh, Anjo und von, der Manga hatte ich schon, äh, Debt of Field, ähm, und dann dachte ich mir so, okay, dann werde ich ihn auch holen, ich fand halt Debt of Field, ähm, an sich ziemlich gut, aber es hatte mir auch so ein bisschen was gefehlt, also ich fand ihn nice, aber nicht so wirklich überwältigend, deswegen hatte ich jetzt hier auch nicht die allergrößten Erwartungen, aber ich wurde, ich wurde eines Besseren belehrt, ähm, denn da war wirklich sehr, sehr schön, also im Grunde ist das hier einfach eine, ähm, Geschichte über eine erste Liebe zwischen zwei Kindheitsfreunden und, ähm, ja, also das sind halt, Moment nochmal die Namen hier, äh, Shunta und Tamaki und, ähm, es fängt halt hier an, auch mit den beiden als Kindern, man sieht hier so einen ganz kleinen, unschuldigen Kuss, äh, in der Grundschulzeit, wo dann, äh, Shunta zu Tamaki meint, du Spinner und dann, äh, steht hier unten auch nochmal, es tut mir leid, Tamaki, der Spinner war ich. Und, ja, weil es geht dann halt so los, dass, äh, Shunta halt seine Gefühle, äh, für Tamaki entdeckt, also so immer Stück für Stück merkt er halt irgendwie, dass da mehr ist und, ähm, natürlich so ganz am Anfang ist er sich auch noch nicht so ganz klar darüber und man steht, äh, sieht dann halt, wie er sich so Stück für Stück in ihn verliebt und, ähm, wie sie halt auch zusammen aufwachsen und das fand ich halt, war das wirklich Schöne an dem Manga, dass es halt auch über mehrere Kapitel, also eigentlich fast der ganze, die Hälfte des ersten Bandes hier, ist jetzt einfach nur, wie sie halt aufwachsen und dann sieht man immer so, alle paar Kapitel sind dann halt so ein paar Zeitsprünge, wo sie dann halt älter werden und, ja, man halt sieht, wie Shunta halt, ähm, ja, sich das mehr bewusst wird, dass er in ihn verliebt ist und, äh, als sie halt in die, ähm, Oberstufe kommen, also in die Highschool, ähm, ja, will er dann auch endlich mal, sag ich mal, was deswegen machen, mehr will ich jetzt noch nicht verraten, wie es dann weitergeht, aber da fängt das Ganze dann halt an und dann verändert sich halt ihre Beziehung zueinander und ich fand das einfach so wahnsinnig schön erzählt, also ich finde, so sollte man eine Story über erste Liebe erzählen, so einfach, ja, diese, diese ganzen kleinen Sachen fand ich einfach so richtig süß und, ähm, hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch groß zu sagen soll, also ich kann ihn halt wirklich, ähm, nur empfehlen, fand ich richtig schön und, ähm, bin auch schon sehr auf den zweiten gespannt, nämlich auch so eine Sache, weswegen ich mir auch nicht ganz sicher war, ob ich den anfangen sollte jetzt, war, weil es gibt erst zwei Bände in Japan und zwischen den beiden liegen auch, glaube ich, mehr als ein Jahr oder so, also da, da lagen größere Abstände dazwischen, was die Veröffentlichung angeht, deswegen keine Ahnung, wann dann der dritte irgendwann kommt und bis das dann alles nach Deutschland kommt und so, da hatte ich halt so ein bisschen Angst, dann müssen wir wieder länger warten, aber es hat sich jetzt trotzdem gelohnt, auch wenn, wenn man länger warten muss, ich freue mich schon sehr auf die weiteren Bände. Als nächstes haben wir dann die neue Reihe von Aki Irie und zwar Ran und die Graue Welt, aber eigentlich ist das nicht mal, ich sag mal die neue Reihe, denn es ist in Japan vorher erschienen, also vor Folge den Wolken, ähm, das ist auch schon abgeschlossen in Japan, halt mit sieben Bände waren es, glaube ich, genau, ich weiß auch gar nicht mehr, wann die rauskommen ist, aber es ist eigentlich schon eine ziemlich alte Reihe, ähm, aber trotzdem wahnsinnig toller Zeichenstil immer noch oder schon seit damals, ähm, ja, also ich habe ja schon die andere Reihe von Aki Irie hier, ähm, und die hier hat mir auch super gut gefallen, jetzt schon der erste Band, also ich war so, ich muss das einfach holen, der Zeichenstil ist so schön, ich glaube, ich würde fast alles lesen mit diesem Zeichenstil, ähm, ja, die Story ist eigentlich auch relativ simpel und wie man es auch von, äh, der oder dem Mangaka gewohnt ist, äh, relativ random, sag ich mal, also es sind öfter mehr so ein bisschen Kurzgeschichten, ähnliche Sachen, es hat schon auch eine, äh, einen fortlaufenden Storystrang, sag ich mal, aber es geht im Grunde genommen einfach nur um die noch recht kleine Hexe Rann, ähm, man sieht sie hier auf dem Cover in ihrer Kleingestalt, ähm, aber auch hier schon ein bisschen älter, denn, ähm, Rann kann sich mit ihren Schuhen, ähm, etwas älter zaubern, das ist eigentlich auch, ja, mehr oder weniger der einzige Zauber, also nicht der einzige, den sie kann, aber sie kann noch nicht besonders viel und, ähm, das kann sie aber schon und sie möchte halt auch als älter wahrgenommen werden, also sie mag sich, dass sie alle immer wie ein Kind behandeln, obwohl sie ja eigentlich noch eins ist, ähm, und, ja, man sieht dann, wie sie in aller Hand Schwierigkeiten gerät und eigentlich möchte sie auch nur ihre Mutter häufiger sehen, ähm, denn die hat eine wichtige Aufgabe, weswegen sie halt nicht oft zu Hause sein kann und, äh, ja, deswegen möchte Rann zum Beispiel auch fliegen lernen, um sie häufiger treffen zu können und so weiter und ist übrigens auch sehr schön aufgemacht hier, ähm, mit diesen Klappenbroschursachen, das Backcover ist auch so schön, ich bin einfach nur immer so, mein Gott, dieser Zeichenstil, ähm, ja, und dann sehen wir halt einfach so mehrere Sachen, die einfach passieren, äh, wo sie in irgendwelche Sachen hineingerät, hier sieht man übrigens auch, wie sie sich verwandelt, das ist dann halt ihre, ja, relativ erwachsene Gestalt, ich weiß nicht, wie alt das sein soll, vielleicht auch eher mehr so, um die 18 vielleicht, I guess, ähm, ähm, ja, und, ja, es ist, es ist einfach voll schön, also der Zeichenstil, guckst es euch einfach an, ich suche halt auch genau dieses Bild, hier habe ich gesucht, ähm, das finde ich super schön, mit ihrer Mutter, hier sieht man sie, und, ah, alle Charaktere sind auch einfach so hübsch und es ist einfach alles so schön, ähm, und auch die, die kleinen Storys sind einfach super interessant, es ist einfach, Aki Iris Werke sind wirklich ausgemacht durch die Atmosphäre, also die Atmosphäre ist hier wirklich alles, was es packt einen einfach so richtig, ich kann es gar nicht genau beschreiben, ähm, ja, deswegen an sich kann ich auch nur empfehlen, ähm, ist doch eine Sache, auf die ich noch eingehen will, die vielleicht ein kleines bisschen Spoiler ist, also falls man das nicht hören will, ne, aber finde ich halt auch nicht, nicht groß, aber, ne, ähm, auf jeden Fall begegnet halt Ran auch einem gewissen jungen Mann, der hier, ich weiß auch nicht genau, wie alt der ist, aber der ist auf jeden Fall irgendwie reich oder so, ähm, ist ein bisschen random auch, wie die sich begegnen und so, aber er scheint dann auch noch häufiger in der Story vorzukommen und ich glaube, er hat sich so ein bisschen in sie verliebt, aber er kennt sie halt nur in ihrer älteren Gestalt und jetzt bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll und ich weiß ja auch noch nicht, in welche Richtung das geht, ähm, ja, weil ob die halt auch eigentlich, also, ist sie wirklich das Alter, sag ich mal, oder wird sie dann auch, ähm, geistig vielleicht, ein bisschen älter, aber eigentlich nicht so richtig, auch wenn sie in ihrer älteren Gestalt unterwegs ist, ist sie, ja, ziemlich kindisch auch noch oder einfach ein bisschen naiv oder so, wie man es halt sagen kann, so, ne, auf der anderen Seite gibt es auch Momente, wo sie einem dann ein bisschen älter auch im Geiste vorkommt, aber ich weiß noch nicht so recht, mal sehen, in welche Richtung das überhaupt geht und, ähm, ja, dieser Kerl kann ja auch nichts dafür, weil er davon gar nichts auch weiß und so, aber, naja, wie auch immer. so, dann auch passend dazu haben wir hier eben auch den aktuellen Band von Folge den Wolken nach Nord-Nord-West, der fünfte, ähm, ich hatte den mich nicht geholt, als er rauskam, weil ich die Reihe generell nicht von Anfang an verfolgt habe, also, ich habe die mir gebraucht, bisher zusammengesammelt, aber den fünften gab es jetzt einfach nirgendwo gebraucht und ich musste weiterlesen und war dann so, okay, dann hole ich ihn halt neu. Es ist halt auch so eine Reihe, die zwölf Euro pro Band kostet und der neueste jetzt hier sogar 15 und ich war so, uh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber, naja, ich weiß nicht, ob ich die anderen dann immer aktuell kaufe oder so, je nach Geldlage, aber der musste jetzt sein und, ähm, ja, hat auch wie immer nicht enttäuscht, äh, wahnsinnig schöner Band wieder. Es ist halt, wie gesagt, die Story von ihr, die sind immer so ein bisschen random irgendwie, da passieren mal so ein paar alltägliche Dinge, dann geht's wieder mit, ich sag mal, der Hauptstory weiter äh, und, ja, aber finde ich eigentlich auch okay. Ich mag die Atmosphäre einfach sehr gerne und hier vor allen Dingen jetzt, ähm, gab's eine Episode relativ gegen Anfang, also hier haben die sich irgendwie, ich weiß gar nicht, die haben sich irgendeinen Vulkan oder irgendwie sowas angeguckt oder einfach generell die Gegend, ähm, und hier ging's dann um Lilias Musik und da gab's eine Szene hier, wo sie mit, ich weiß gar nicht mehr, wie das Instrument heißt, die große Geige, ähm, auf die Bühne geht und singt. Und diese gesamte Szene hat keinen Text, es sind nur Bilder und die hat mich so wahnsinnig berührt, ich hatte richtig Gänsehaut, ich konnte mir richtig vorstellen, wie sie singt, obwohl überhaupt nichts darüber gesagt wird, wie es sich angehört hat oder was für eine Art von Songs überhaupt war, konnte ich es fast schon hören und ich fand das einfach wahnsinnig schön. Ich war so richtig gefesselt und ich hab auch sehr langsam umgeblättert und mir das alles ganz genau angeguckt. Ich bin nämlich eigentlich sonst ein ziemlich schneller Leser und natürlich schau ich mir auch gewisse Sachen, die sehr schön aussehen, länger an, aber eigentlich geh ich doch immer recht flott durch, weil ich auch so dieses Lesetempo brauch, um die Geschichte wirklich, wie soll ich sagen, wirklich mir, dass es mir halt wirklich gefällt, so ich brauch das einfach irgendwie, wie das so recht flott, wie es halt auch so, sag ich mal, passieren würde, wenn es jetzt zum Beispiel in einem Anime wäre oder so. Aber hier habe ich mir wirklich Zeit gelassen und es war auch einfach, ach, also das hier konnte ich hier so total verstehen, ich hätte auch angefangen zu weinen fast. Ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Tränen in den Augen, ja, es war einfach wirklich wahnsinnig schön. Ja, und dann ging es weiter mit einem weiteren so, ja, Detektivfall, so erarbeitet er als Detektiv, wo da eine gedacht hat, ihr Mann betrügt sie und so weiter und dann wurde das halt untersucht. Ähm, ja, und dann kam er raus, das war irgendwie ganz anders. Aber da taucht dann halt auch Mitschaka wieder auf und, ähm, ja, ist da halt auch einfach random mit dabei, sag ich mal und hilft dann auch mit dieser alten Frau hier, älteren Frau, äh, zu reden und so. Und, äh, ja, dann kommt aber die Polizei und ist so, jo, du bist doch eigentlich unter Mordverdacht, so, komm mal mit. Und das ist dann halt so, wow. Äh, und das ist ja eigentlich die, die Hauptstory, dass halt eigentlich, man ja wissen will, warum der Leute umbringt mit seiner merkwürdigen Fähigkeit und was ist, äh, was da alles so, was damit auf sich hat. Und sein Bruder weiß ja auch gar nichts davon. Und, ähm, ja, so, man sieht, da ist jetzt nur so, am Ende von einem Kapitel so ein bisschen was drüber gewesen und den Rest des Bandes war einfach was komplett anderes. Und halt auch die Kapitel danach, hier ist dann zum Beispiel Ischis Tagebuch und da sind dann einfach auch wieder so random Geschichten über so ein paar Fälle oder wo er hier dann mit seinem Opa wieder was unternimmt. Ähm, und, ja, also, sehr random, aber die haben ja auch alle super gut gefallen. Also, der Manga ist auch einfach so ein Wohlfühlmanga teilweise und halt trotzdem auch noch spannend wegen der Sache mit dem Bruder, aber bisher ist das ja wirklich sehr langsam vonstatten gegangen, aber das stört mich auch überhaupt nicht. ja, so, und dann kam ein neuer Manga raus von Naoki Urasawa, auf den ich mich sehr gefreut habe und zwar Asadora. Ähm, ja, wie man hier leider sieht bei meinem Band, ist diese Folie hier am Abgehen. das habe ich auch jetzt erst bemerkt. Also, wo ich den jetzt fürs Update aus dem Regal geholt habe, sah der einfach so aus und ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist und ich bin sehr traurig darüber und weiß noch nicht so recht, was ich damit mache. Ich denke nicht, dass ich das irgendwie fixen kann. Das bleibt da nicht mehr dran und das sieht man dann ja auch, ob ich es einfach abschneide oder ob ich den neu kaufe. Ich will nicht nochmal 20, äh, 20, ich sage schon, 12 Euro dafür ausgeben. Aber ich weiß es nicht. Ich bin sehr traurig darüber. Aber gut, ähm, ja, jedenfalls zu dem Band. Ähm, also wer auch generell Naoki Urasawa noch nicht kennt, äh, kann ich nur empfehlen. Ich habe bis auf Pluto alles von ihm, also 20th Century Boys, Billy Bad, Monster, alles super Werke und deswegen habe ich mir natürlich jetzt auch das neueste, Asadora, ähm, geholt und, ähm, ja, es ist in seiner typischen Manier irgendwie, sag ich mal. Also es hat einfach schon diese Atmosphäre, die man von seinen Werken kennt. Ähm, im Grunde geht es um die Lebensgeschichte eines Mädchens, ähm, hier Asa heißt sie auch auf dem Cover und ich glaube, es wird auch so Zeitsprünge geben, weil auch von den verschiedenen Bänden, die man gesehen hat, ähm, wird sie dann halt auch immer älter und das sagt es auch im Nachwort, wird zum Beispiel auch der Titel ein bisschen erklärt, weil Asadora heißt eigentlich übersetzt, ähm, Morgendrama, also Asa heißt Morgen und Dora ist Kurzform von Dorama, also Drama, also es gab halt, ähm, wann war das hier nochmal? Steht hier im Nachwort. Ähm, 1961 im japanischen Fernsehen halt Renzoku Terebi Shosetsu, ähm, das ist halt so eine Serie gewesen, die halt dann im Volksmund Asadora genannt wurde und in dieser Art und Weise, wie dort halt eine Geschichte erzählt wurde, erzählt er jetzt hier die Lebensgeschichte von Asa Asada vom Nachkriegsjapan bis ins Tokio des Jahres 2020, also noch ziemlich aktuell und, ähm, ja, so fängt das Ganze dann halt auch an. Wir sehen dann schon eben das Tokio 2020, was nicht sehr gut aussieht. Wir haben also auch wieder einen übernatürlichen Faktor in der Geschichte. Ähm, seine Geschichten sind meistens recht realistisch, was die Charaktere angeht, aber da ist dann immer noch so ein bisschen was extra dabei, sag ich mal. Und dann geht halt die eigentliche Geschichte los hier 1959 in Nagoya, wo Asa eigentlich eine Schwester jetzt bekommen sollte, also ihre Mutter bekommt ein Baby und sie ist dann halt auf den Weg und holt den Doktor und, äh, wird dann aber entführt. Ähm, ich glaube, mehr will ich auch eigentlich gar nicht direkt sagen. Also es kommt dann auch ein, ein, ähm, was heißt noch, ein Taifun, eine große Überschwemmung ist da am Abgehen und da wird sie dann auch, sag ich noch, mit rein, kommt sie da auch und passieren allerhand für Sachen. Es ist wirklich mehr so, so eine Geschichte halt aus dem Leben von jemandem und wie gesagt, ähm, Naoki Uda-Sawa erzählt auch immer ziemlich realistisch mit den Charakteren. Die Unterhaltung finde ich immer wahnsinnig gut und es passiert an sich jetzt auch in dem ersten Band noch gar nicht wirklich so viel. Das könnte ich eigentlich in zwei Sätzen nur so zusammenfassen, was da sonst noch passiert. Aber darum geht es auch gar nicht wirklich. Es geht wirklich um die Charaktere und, ähm, auch die Hintergrundgeschichten zu Charakteren, die da erzählt werden. Ähm, es ist immer so, man hat zwar Hauptcharaktere, aber dann gibt es andere Charaktere, die auftauchen und du lernst quasi mehr oder weniger den in ihrer gesamte Lebensgeschichte und die sind dann auch irgendwie voll interessant einfach und das schätze ich einfach an seinen Werken auch sehr. Und der Zeichnsteel ist auch ziemlich cool. Ähm, kann ich nochmal so ein bisschen durchzeigen. Und, ja, vielleicht auch ein bisschen für Leute, die Ghibli-Filme mögen teilweise, also ein bisschen mehr von den ernsteren, sag ich mal, ähm, oder wie man sagen kann. Äh, ja, es hat einfach diesen Vibe irgendwie und ich mag es richtig, richtig gerne und, ja, also der erste Band war jetzt halt noch nicht so irgendwie weltbewegend, aber das ist bei seinen Werken auch immer, die fangen langsam an. Zum Beispiel Bilibet fand ich ja auch sehr gut, aber ich fand, das Ende hat nochmal die gesamte Reihe für mich irgendwie so aufgewertet irgendwie. Ja, mal sehen, wie es hier dann ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, und dann hatte ich mir noch etwas geholt, was ich mir schon lange holen wollte. Und zwar diesen Einzelband, der eigentlich auch noch, also eigentlich ein Erstband quasi ist, weil es dazu auch noch Fortsetzungen gibt. Und zwar Meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit von Kabi Nagata. Das ist nämlich ein autobiografisches Werk, und ich lese eigentlich auch sonst nie so wirklich irgendwie Biografien oder irgendwie sowas, aber das hier fand ich super interessant. Ja, es geht halt einfach eigentlich nur um ihr Leben und, ja, wie kann man das sagen? Also, der Titel ist jetzt halt so aufgemacht über Sexualität auch, aber das ist eigentlich mehr so der Punkt, an dem sie so erkannt hat, auch was ihre, ich sag mal, anderen Sachen sind in ihrem Leben, die so abgehen. Also, dieses Erfahrung mit Einsamkeit ist eigentlich mehr so, dass worum es geht. Also, es geht viel auch um ihre Depressionen und Essstörungen und solche Sachen. Einfach ihre Lebensgeschichte, die, ja, auch ziemlich traurig und anstrengend, sag ich mal, ist. Und wie sie dann halt auch ihre Sexualität entdeckt. Aber nicht nur, dass sie halt auf Frauen steht, sondern halt generell einfach über Sexualität, weil sie auch vorher mit dem Thema irgendwie nie was zu tun hatte und dann einfach generell sich auch selbst entdeckt dadurch. und ich fand das einfach super gut geschrieben. Also, es fängt halt mit dieser Sache an und dann, wie kam es eigentlich dazu? Also, es fängt halt damit an, dass sie halt Sex mit einer lesbischen Prostituierten hat und dann ist es so, wie kam es dazu, dass sie eine bestellt hat und dies und das. Und die Geschichte ist halt, wie man hier sieht, mehr in so einem skizzenartigen Stil geschrieben und ja, halt über ihr Leben. Und ich fand einfach, dass einige Sachen, einfach einige Gefühle, die sie hatte, sehr relatable waren. Und ja, ich kann es eigentlich gar nicht genau beschreiben, warum ich das so gut fand. Ich weiß auch nicht, ob man das quasi nachempfinden kann. Natürlich, wie soll ich sagen, geht es mir nicht so in Anführungszeichen schlecht, wie es ihr hier in einigen Sachen ging. Aber so gewisse Sachen konnte ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und einfach so, das Erwachsenwerden und die Schwierigkeiten des Erwachsenenlebens und mit Zukunftsängste und sowas, war ich einfach so richtig, ja, verstehe ich. Und auch, ja, so gewisse Sachen einfach. Es fällt mir ein bisschen schwer, zu sagen, warum genau ich den so gut fand. Ja, und es gibt dann halt auch eine Fortsetzung, Dialoge mit mir selbst, Band 1 und 2. Ich habe mir den ersten jetzt auch letztens schon geholt, aber der kommt dann erst im nächsten Update. Und die Fortsetzung davon, ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß, aber die wird dieses Jahr auch noch erscheinen, worüber ich mich an sich sehr gefreut habe. Aber habe ich halt auch so den Titel gesehen und auf dem Cover ist sie auch irgendwie im Krankenhaus und es war irgendwas mit Absturz oder so und ich war so, oh nein. Es ist so, auf der einen Seite finde ich es super interessant, ihre Lebensgeschichte zu lesen und dass sie halt überhaupt auch den Manga halt rausgebracht hat. Das war für sie auch ein großer Schritt und so. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn dann neue Sachen rauskommen, ist es so, es geht ihr immer noch schlecht. Das tut mir dann so leid für sie, aber man sieht ja auch, wie sie dann so wächst und Sachen dann auch hinkriegt und es ist auch super motivierend und inspirierend. Und ja, also für alle, die auch so biografische Sachen oder sowas mögen, denen kann ich das auch sehr empfehlen, die solche Lebensgeschichten lesen wollen und mir hat der auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zu lesen oder Spaß ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür, aber ich fand ihn sehr interessant beim Lesen. Und ja, den zweiten hatte ich mir auch über Tauschticket ertauscht dann. Fand ich auch cool, dass der einfach war, wo ich so war, oh, ich muss unbedingt weiterlesen und dann war der einfach da, weil, weswegen ich halt auch ein bisschen gezögert hatte, ist auch wieder ein bisschen teurer, 15 Euro und die Fortsetzung kostet 18 Euro pro Band. Deswegen war ich so, uh, aber es ist wert, finde ich. Es hat auch so eine besondere Aufmachung, wenn man es hier so sieht. Ja, weswegen da auch leider Dellen sehr schnell vorkommen. So, dann kommen wir zu Manga Cult. Da hätten wir dann als erstes Band 3 von Dorohedoro, ach, auch so eine wahnsinnig tolle Reihe. Der dritte wurde ja jetzt ein bisschen verschoben die ganze Zeit und kam jetzt endlich raus, weswegen ich jetzt auch schon den vierten habe, weil der jetzt im Februar dann erschienen ist. Also der wurde dann, der dritte wurde verschoben, aber der vierte nicht, was ich irgendwie sehr interessant fand, weil meistens, wenn irgendwas verschoben wird, wird auch die Fortsetzung dann verschoben. Und so gab es dann halt jetzt quasi zwei hintereinander, aber jetzt natürlich erst mal nur zu dem hier. Auch wieder sehr schön mit der Covergestaltung, mit dem Muster so im Hintergrund immer. Die Aufmachung ist wirklich toll. Ja, hier ging es jetzt weiter mit der Blauen Nacht, wo ja Leute ihre Verträge dann geschlossen haben und wo dann leider Gottes schlussendlich mit dem Namen wieder Nikaido dazu gezwungen wurde, mit N einen Vertrag einzugehen oder eine Partnerschaft oder wie die das da genannt haben. Und ja, da jetzt halt quasi mit ihm feststeckt und da wurden so Verträge wirklich aus Fleisch oder so in ihrem Inneren ausgetauscht. War so natürlich typisch Doro Hedoro. Kaiman scheint hier halt auch mittlerweile so sich an Sachen zu erinnern oder so. Er hat hier so Albträume, wo ich auch die Atmosphäre wieder ziemlich krass fand. Wo er hier irgendwie so eine Leiche trifft, sag ich schon, und sieht so. Und dann hier so irgendwie Ecke, richtig spooky. Ja, und er versucht halt auch Nikaido dann zu finden halt auch und trifft sich dann auch hier erst noch mit einem Kreuzauge im Gefängnis, der dann auch sein Innerstes sieht und dann Risu da halt auch sieht, der ja in ihm ist. Und wir wissen ja auch schon, dass Risu halt eigentlich gestorben ist. Und das ist ja auch so ein ganzes Mysterium, wie das passiert ist oder wer das halt war. Genau. Und hier ist dann auch noch dieser eine Teufel, der halt Nikaido irgendwie kennt und Kaiman dann halt auch so Hinweise gibt, weswegen sie sich ja dann auch aufmachen, um ja, sie halt zu suchen bei N und so weiter. Genau. Und dann von N bekommen wir nämlich auch einen Flashback, sag ich mal, oder es wird ein bisschen seine Background-Story erklärt, in Form eines Films, den er selbst über sein Leben gedreht hat und Nikaido dann halt zeigt, ja, was auch sehr interessant ist, wo er dann halt hier so in die Hölle geschmissen wurde und so. Generell frage ich mich noch, was es mit der Hölle eigentlich auf sich hat auch und mit den Teufeln so, weil Leute werden ja irgendwie zum Teufel, also ist es immer so was, was man einfach werden kann oder also was sind Teufel eigentlich? Die werden ja auch sehr hoch angesehen irgendwie und das ist mir alles auch noch so ein Mysterium, da bin ich auch noch gespannt, was darüber rauskommt, aber auf jeden Fall sehr interessant. Man sieht hier halt auch ein bisschen Shin und Neu in der Vergangenheit, wo sie auch gegen diesen einen von den Kreuzaugen gekämpft haben, der sehr stark war und ja, dann im zweiten Teil der Story schleichen sich Kaiman und die anderen da ein, bei N quasi, weil es ja so ein Pasteten, eine Wettkochen irgend sowas gibt und er verkleidet sich hier auch als die Frau von dem Ladenbesitzer, sehr witzig. Ja, und dann, ja, versuchen sie halt da die guten Pasteten zu machen und so und heimlich trifft dann halt Kaiman auf Nikaido und ja, man könnte sagen auch entführt sie dann quasi mit. Also sie weiß ja erst noch so gar nicht richtig, was abgeht, weil sie ja diesen Vertrag in sich hat und eigentlich gegen Kaiman kämpft, aber dann können die den ja, oder jemand schneidet ihn aus ihr raus, da ist auch noch nicht so ganz klar, wer das war und wie das passiert ist und dann hauen sie halt schnell ab, damit Nikaido, wenn sie N sieht, nicht wieder zurück in diesen Zustand fällt und ich fand wirklich die Unterhaltung hier zwischen Nikaido und Kaiman auch einfach schön, dass er dann halt auch irgendwie so war, ja, du bist halt immer noch meine Freundin, auch wenn du eine Zauberin bist und sie sich da halt so, ja, verständigen und man sieht aber halt auch wirklich, wie sehr Kaiman und die anderen aus dem Loch halt auch die Zauberer hassen, weil die ja immer dort hinkommen und Experimente quasi an ihnen durchführen mit der Magie und so weiter. Ja, und er meinte auch, sie verwendet ja keine Magie, also es ist okay, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwann später noch Magie anwenden muss auch einfach und dass Kaiman das auch selber noch so ein bisschen überdenken sollte. Und ja, naja, und er beißt sie dann halt quasi auch und sie sieht auch sein Inneres und sieht dann halt auch Risu dort. Damit weiß er jetzt halt dann auch, dass Risu der Typ in seinem Maul quasi ist, wo auch immer noch nicht klar ist, warum ist er da drin, was macht er da und was hat es damit auf sich? Ja, und Risu selbst, der ja wieder erwacht quasi ist, macht sich auf die Suche nach weiteren Kreuzaugen und trifft dann halt hier auf so ein Paar, um halt herauszufinden, ja, wer ihn umgebracht hat, wer das war und die scheinen auch irgendwie was zu wissen, aber ja, das sind halt, hier sieht man die ganzen, die neu auftauchen. Ich finde diesen Charakter hier ziemlich interessant. Ich habe halt auch schon den nächsten Band gelesen, aber ich werde dazu natürlich nichts sagen, aber ja, den mag ich auf jeden Fall auch ziemlich gerne. und dann machen sie sich hier auch noch auf die Suche von der Frau, von ihm hier, ich habe gerade seine Auge nicht parat und da gehen sie irgendwie in so ein Haus im Wald, so eine Hütte und ja, auch eine sehr interessante Hütte und treffen da halt eben auch auf ein paar Leute, ein paar Kreuzaugen auch und ja, da endet dann der Band und hier am Ende gibt es natürlich auch nochmal so ein paar witzige Kapitel, wo dann halt auch hier Dings Ibisu nochmal vorkommen, die mag ich auch super gerne, die ist einfach immer so witzig und ja, Doru Hedoru ist einfach wahnsinnig toll generell. Ich liebe die ganze Atmosphäre, den Humor und einfach dieses Creepige die ganze Zeit, auch mit dem Zeichenstil ist einfach total meins und ja, super toll. So, dann haben wir noch einen neuen Band von Shoujo Mangaka Nozaki-kun, Band 12. Fokussiert. Ja, da haben wir auch auf dem Cover wieder die kleine Schwester auch von Kashima wieder am Start, sie kommt auch in ein paar Storys vor. An sich kann ich ja natürlich wieder jetzt nicht zu jeder Story oder sowas sagen, aber die, die ich besonders gerne mochte, war auch schon hier relativ am Anfang, glaube ich, war das, hier, wo Mikurin mit dieser einen Mangaka-Kollegin von Nozaki redet und da gab es ja schon mehrere Szenen mit ihr und da ist immer so eine Freundin von ihr, die sie dann immer in diesem einen Café irgendwie wie so bespitzelt irgendwie. Die sieht sie dann hier immer und ist so, ach ja, da ist die immer wieder und denkt dann natürlich wieder sofort, dass das hier ihr neuer Freund ist oder so und die beiden unterhalten sich aber ja über Manga und das weiß sie ja nicht und die reden halt über Edgy Manga und er, ja, empfiehlt er auch so ein paar Sachen und ist dann so, ja, womit wäre sie denn okay und die denkt, die reden hier über ihr Sexleben oder so. Das ist halt mega witzig, immer diese Missverständnisse. Also die Szenen mit dieser Mangaka-Kollegin da, ich hab grad ihren Namen auch nicht mehr, aber die find ich immer wahnsinnig toll. Dann gab's halt mal wieder ein paar mit den beiden hier und ja, auch mit Kashima und dem anderen. Gerade sind mir alle Namen irgendwie entflogen. Ich lese zu viele Manga. Ich kann mir das doch nicht alles merken. Naja, auch wieder alles super witzig. Wie gesagt, auch die kleine Schwester von Kashima kommt auch noch vor und war wieder einfach ein richtig toller Band. So, und dann gab's noch ein Einzelband-Spinoff After Image Slow Motion. Das ist ein Spin-Off zu Twilight Out Focus und ja, der hat mir auch super gut gefallen. Also ich mochte ja auch Twilight Out Focus schon und da hat mir eben auch schon der Charakter Ichikaba gut gefallen, der jetzt hier als einer der Hauptcharaktere ist. Der andere hat auch so einen komischen Namen. Wie hieß der nochmal? Kikuchihara. Kikuchihara, das ist so, was ist das für ein Name? Aber gut, ja, die beiden sind auf jeden Fall beide Mitglieder im Filmclub, den wir ja schon kennen, auch von der Hauptreihe. und ja, streiten sich die ganze Zeit, weil sie halt eben unterschiedliche Ansichten haben, wie man gute Filme macht, was dafür notwendig ist und wie die so aufgebaut sein sollen und so und haben sich deswegen die ganze Zeit in der Wolle und dann kommt es halt, dass Ichikawa ins Schülerwohnheim einziehen muss wegen der Sache mit seinem Opa und dann müssen sie sich ein Zimmer teilen. Typisch, typisch, aber ja. Und dann erkennen sie halt beide, dass der andere eigentlich gar nicht so schlecht ist und sie sind dann auch so ein bisschen, sag ich mal, anders, wenn sie dann halt nur zu zweit sind und lernen sich dann da halt ein bisschen besser kennen und kommen sich dann halt natürlich auch näher. Und ja, ich mag halt generell auch Pärchen, die sich eigentlich immer streiten oder sag ich mal so und dann halt doch zusammenkommen und sowas. Das mag ich halt gerne so quasi dieses Typ Enemies to Lovers oder so oder halt einfach Rivalen oder Leute, die sich halt sonst nicht so gut verstehen und dann halt doch, weil das alles entweder nur so ein Missverständnis war oder das gar nicht so ernst war, wie sie dachten und dies und das. Ja, es ist halt, in dem Band wird auch wieder sehr viel über Filme geredet. Ich fand, das war jetzt diesmal auch mehr als in der Hauptreihe, was ich ja nicht schlecht finde. Also ich finde es gut, dass, ja, da auch so ein bisschen mehr Hintergrundsachen mit drin sind. Ist auch an sich ganz interessant, aber war ein bisschen viel, würde ich sagen. Also die Liebesgeschichte kam manchmal ein bisschen langsam ins Rollen, aber hat mich jetzt auch an sich jetzt nicht super gestört oder so, nur so als kleine Anmerkung. Ja, ich mochte auch, muss ich sagen, die beiden als Charaktere, als Paar, mehr als die aus der Hauptreihe, aber was die insgesamte Story anging, mochte ich die Hauptreihe mehr, wenn man es so sagen kann. Aber auf jeden Fall beides super gut und wenn man das eine mochte, mag man wohl auch das andere und kann ich beides empfehlen. Ja. So, dann kommen wir jetzt noch zu ein paar Sachen vom Freibeutershop. Da hatte ich nämlich auch noch bestellt, diesen Monat. Da hatte ich schon länger geplant, mal wieder zu bestellen, weil da einige Sachen waren, die mich interessiert haben und dann habe ich mal eine etwas größere Bestellung gemacht. Da gab es übrigens auch so eine Tüte dazu, die wollte ich auch noch zeigen. Also nicht Tüte, sondern Stoffbeutel. Hier mit der dicken Katze, so heißt die. Die, ja, ist immer dabei. Da gab es auch einige an, einiges an Sticker und Postkarten und so weiter, wo die halt auch noch mit drauf waren und so weiter. Das habe ich jetzt nicht alles hier noch direkt rumliegen, aber gab es auf jeden Fall auch. Ja, und dann die Sachen. Ich muss mal kurz hier ein bisschen umräumen. So, dann fangen wir auch gleich mit der ersten Sache an. Übrigens der Freibeutershop, falls die Leute noch nicht kennen. Das ist halt so ein Online-Shop, wo Leute so im Self-Publishing Sachen verkaufen können auch und wo vor allen Dingen viele deutsche Mangaka halt unterwegs sind. Und ja, also kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Ja, und da habe ich jetzt erst mal Sturm ist erst von Mandy Jensen. Ja, das habe ich ganz random irgendwie entdeckt. Auf Instagram hat die Manga-Passion-Seite darüber was gepostet und ich habe mir das da mal angeguckt und war so, ach, das sieht doch ganz süß aus. Da gucke ich mal rein. Also ist halt ein Boys Love beziehungsweise schon ein Ei mehr so. Eine sehr süße Story. Ist halt noch nicht super viel passiert. Also ist eine auch mehr langsame Story, sage ich mal. Ich zeige mal erstmal noch, da sind noch so Extras irgendwie dabei gewesen. Also halt eine Postkarte nochmal mit dem Cover und hier so eine kleine Karte noch. Sieht man auch ein bisschen Zeichen zieht von innen. Das ist auch so eine Visitenkarte quasi. Hier sieht man auch die Zeichnerin. Könnt ihr auch auf Instagram finden. Und ja, es ist halt einfach die Story von, Moment, die Namen Jonas und Friedjov, die zusammen auf die Uni gehen und dann sieht man einfach ein bisschen ihren Alltag, ihre Freunde und wie sie sich halt langsam näher kommen. Hier übrigens auch, war mit einer kleinen Zeichnung und Signatur drin. Also jetzt nicht direkt an mich, aber so einfach wenn man bestellt hat, gab es die halt so ausgeliefert. Fand ich ziemlich cool. Ja, hier mal so kurz am Anfang so ein bisschen den Zeichenstil und den finde ich nämlich auch sehr schön. Und ja, ich kann eigentlich auch noch nicht so super viel dazu sagen, weil jetzt in den ersten Bänden auch noch nicht so viel passiert ist. Wie gesagt, es ist wirklich sehr langsam, aber das finde ich auch gar nicht schlecht. Also ich mag es, wenn manche Beziehungen sich auch mal so langsam aufbauen und so und es sind trotzdem auch in dem Sinn interessante Sachen halt passiert. Natürlich hat es auch gerade da geendet, wo man war so, oh, jetzt passiert was und so. Deswegen mal sehen, wann dann der dritte Band rauskommt. Wie gesagt, man kann ja auf Insta der Person folgen und dann sieht man ja, wenn sich da was tut. Ja, der zweite Band ist auch sehr viel dicker als der erste. Also, ja. So, ähm, das war das erste, wenn ich das jetzt hin, ach, hier ist alles voller Sachen, steht hier. Dann hatte ich etwas gekauft, was ich schon online gelesen hatte und jetzt auch die Printausgabe haben wollte und zwar Black & Blue von Maus beziehungsweise, ähm, wie war nochmal ihr Name? Hm, gerade weiß ich ihren Namen nicht mehr. Äh, Martina, ähm, irgendwas. Keine Ahnung, sorry, ich verwechsel sie auch ein bisschen, oder nee, Martina Peters war das ja. Nee, Melanie Schober, genau, das war der Name. Ich verwechsel die irgendwie immer. Ähm, naja, die hat ja schon, ähm, ich glaube, bei Carlsen gibt es schon ein paar Werke von ihr, nämlich unter anderem, ähm, Personal Paradise und Black & Blue ist quasi ein Spin-off davon, aber man muss es nicht kennen, um die Story zu verstehen. Ich habe das nämlich auch noch nicht gelesen. Ähm, und ja, das, äh, Black & Blue kann man nämlich auch auf Webtoon und auf Tapas, ähm, lesen, also komplett auch, was halt hier bisher auch draußen ist und das habe ich halt auch schon gemacht, also halt auf Englisch, ne, und jetzt wollte ich halt auch die Print-Ausgabe, die dann halt auf Deutsch ist und, äh, ja, ist so eine Mischung aus Action-Fantasy mit ein bisschen Boys Love, was aber noch nicht so richtig, sage ich mal so, in die Richtung ist noch nicht so fortgeschritten, aber es soll auch ein bisschen eine längere Sache werden, ähm, weswegen ich da auch schon sehr gespannt bin, wie lang das auch noch wird und so. Und ja, es gibt jetzt halt diese drei Bände hier. Die ersten sind auch ein bisschen dünner und der dritte dann recht fett. So sieht man das vielleicht besser hier. Ähm, auf dem dritten steht auch hinten was drauf, auf den anderen nicht. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass sich das Material geändert hat. Also die ersten beiden, die Oberfläche ist mehr so, so smooth, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, so sehr angenehme Oberfläche und der dritte ist dann, ja, weiß nicht, man sieht auch hier so, der glänzt mehr so, die anderen nicht so. Ähm, ich glaube, das ist aber, weil es hier mehr Farbseiten drin gibt und die Story auch ab einem gewissen Punkt, also zumindest war es auch auf Webtoon so, äh, komplett in Farbe ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt fortgesetzt wird, wahrscheinlich ist dann der nächste komplett in Farbe, aber es fängt auf jeden Fall in schwarz-weiß an, was ein bisschen merkwürdig ist, aber finde ich auch gut so, also, stört mich jetzt nicht oder so, ich finde beides schön, ähm, da zeichnst du es auch sehr schön und, äh, dann erstmal, worum geht's? So, hier mit dem ersten Band. Ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, eigentlich ein Spin-off von Personal Paradise, also es spielt einfach im gleichen Universum. Ich weiß nicht, ob auch Charaktere vorkommen, kann sein, ähm, vielleicht lese ich das auch noch, dann kann ich dazu mehr sagen, aber es geht auf jeden Fall darum, dass da halt Leute so genannte Mutantenkräfte haben, also, ne, man kennt irgendwelche Fähigkeiten. Unser Hauptcharakter Goro hier hat nämlich zum Beispiel die Fähigkeit, seinen Schatten so zu steuern, so zu beeinflussen und deswegen und auch noch wegen einigen anderen Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, ähm, und es ihm halt generell nicht so gut geht, möchte er sein Leben beenden. Ähm, bei diesem, äh, Selbstmordversuch wird er dann aber zum Glück gerettet von einem gewissen Derek, der, ja, ihn dann in eine neue Welt quasi entführt, ähm, in die, in die Untergrundwelt der Mutanten, ähm, ja, wo er ihm dann gewisse Sachen zeigt, sagen wir einfach mal, so, ähm, ich glaube, mehr steht auch auf dem Klappentext jetzt gar nicht so sehr, ich kann ihn ja auch einfach noch mal hier so zeigen, dann kann man auch selber noch mal durchlesen, wenn man will, ähm, genau, und, äh, ja, übrigens hier steht auch noch mal BL16+. ich kann dann auch noch mal so ein bisschen, ein bisschen reinblättern, dass man grob den Zeichenstil sieht, hier am Anfang sind auch ein paar Farbseiten, fokussiere, so, äh, wo auch noch mal das ganze Prinzip, sag ich mal, erklärt wird, auch mit den, ähm, mit den Kräften und so weiter, und, ja, generell ein sehr schöner Zeichenstil, und hat mir soweit sehr gut gefallen, ich habe den halt jetzt auch nicht noch mal gelesen, ich hatte den erst vor kurzem auf Webtoon gelesen, und war jetzt so, okay, ich rereade das dann halt noch mal in Deutsch, wenn ich, wenn es schon ein bisschen länger her ist, weil sonst, ich habe das ja gerade erst eigentlich gelesen, und, ja, kann ich auch auf jeden Fall nur empfehlen. So, und dann habe ich mir noch ein paar Sachen geholt, von Camineo, von der ich ja generell schon ein bisschen was habe, und habe mir jetzt halt quasi die geholt, die mir noch gefehlt haben, ich weiß auch gar nicht, wie viel mir jetzt noch von ihr fehlt, eigentlich glaube ich nur noch einer, aber jetzt halt, habe ich mir auch so ein paar ihrer älteren Sachen geholt, und zwar zum einen hier Beware of the Dog, das ist jetzt auch wieder so groß, manche Sachen passen einfach nicht ins Bild, ich will mal kurz hoch zeigen, viel mehr gibt es ja auch nicht zu sehen. So, ja, das ist ein ziemlich alter Einzelband von ihr, ich glaube, der kam 2011 raus, aber der ist auch so ein bisschen sowas wie der Start von ihrem Werwolf-Universum, also generell ihre Storys hängen alle so ein bisschen miteinander zusammen, oder spielen zumindest auch in einem Universum, es gibt halt oft Werwölfe in ihren Storys generell, also ich habe ja schon von ihr bei Carlsen Lupus Infabula und Alpha hoch 2, ich weiß gar nicht, ist da noch irgendwas, was ich hatte, ich habe auch online ein bisschen was gelesen, da kommt auch eine weitere Sache, die ich auch noch gleich zeige, ja, und dann halt habe ich jetzt erstmal den hier geholt, weil, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Anfang, also es geht im Grunde genommen darum, dass halt der Leitwolf der Gruppe, also ein neuer ist, und zwar Flo, der hier auf dem Cover, und naja, dann kommt eines Tages so ein Vampir namens Horus da lang, und dann läuft zwischen den beiden was, also viel mehr kann man dazu auch wirklich nicht sagen, aber es ist nicht nur das, ist übrigens auch, wie man ja hier sieht, ab 18, also es geht nicht nur um solche Szenen, sondern es wird auch so ein bisschen generell das Werwolf-Universum, sag ich mal, ein bisschen erklärt, also ein bisschen Worldbuilding ist da auch mit dabei, und dann gegen Ende geht es auch nochmal um einen weiteren Werwolf aus der Gruppe, genannt Lex, und das letzte Kapitel hier drin ist das erste Kapitel von einer anderen Story, den ich gleich noch zeige, die wurde dann einfach nochmal neu gezeichnet, also hier ist quasi die alte Version, und das hier ist auch, glaube ich, eine Neuauflage oder so, ich muss hier auch aufpassen, dass ich den nicht zu weit aufschlage, weil da leider der Kleber nicht mehr so ganz gewirkt hat, und das Ding dann auseinandergefallen ist, also sich das Cover vom Rest des Bandes getrennt hat, weswegen ich das dann nochmal kleben musste, mit Sekundenkleber, aber ich weiß nicht so ganz, ob das so gut hält, wenn ich es aufschlage, macht es so Geräusche, die mir Angst machen, deswegen mache ich das jetzt hier nur so ein bisschen, um so ein kleines bisschen den Zeichenstil, den Zeigen sowieso will ich da auch gar nicht so viel draus zeigen, hier mal so, ups, ein bisschen den Vampir, und ja, was könnte man hier noch zeigen, keine Ahnung, nicht mehr so viel, naja, ist auf jeden Fall, der Zeichenstil noch ein bisschen älter, so, also Kamineos Zeichenstil ist auch ziemlich schön, ich mag den sehr gerne, aber man sieht halt hier auf jeden Fall, dass es noch ein älteres Werk ist, und ja, man hat hier halt auch auf diesen Klappendingern, hier sieht man auch noch ein paar ältere Sachen, von hier Hungry Hearts, aber ich weiß nicht, ob man das noch irgendwo kaufen kann, weil ich habe das jetzt nicht gefunden, also beim Freibäutershop oder so, es gibt auch noch ein paar Artbooks, wo ich mir auch noch vielleicht welche holen will, ja, aber bei den Sachen von Carlsen halt hier Alpha hoch 2, und Lupus Infambula, also von Alpha hoch 2 gab es auch so eine Neuauflage, vor einigen Jahren, die habe ich ja, und ja, hier sieht man auch mal, was hinten drauf ist, genau, hier steht ja auch noch erweitert um das Pre-Chapter, und ein neues Kapitel, und dieses neue Kapitel ist halt, ja, das, was jetzt dann das Erste vom Nächsten ist, und zwar ist das Be Aware, da habe ich jetzt die drei Bände davon, ist damit, soweit ich auch weiß, abgeschlossen, aber das Ende ist, wie eigentlich bei fast allen ihren Storys, so ein bisschen offen, also, ich weiß nicht, ihre Storys enden oft mal so, dass man sich denken könnte, ja, eigentlich könnte es jetzt hier noch weitergehen, oder so, vor allen Dingen bei Lupus und Fabula hatte ich das Gefühl, aber da die Sachen auch alle so ein bisschen miteinander zusammenhängen, trifft man die Charaktere ja dann auch nochmal, und ich weiß nicht, ich finde es nicht so schlimm, aber, naja, jedenfalls, wie schon gesagt, erstes Kapitel dort, äh, letztes Kapitel dort ist das Erste hier, kann ich auch ein bisschen reinzeigen, weil die Cover sagen jetzt auch nicht so viel über den Zeichenstil aus, ähm, und zwar geht es dann um den Guten hier, ähm, der Werwolf Lex, und der arbeitet hier auch irgendwie in einem Kindergarten, glaube ich, und, ähm, da haben wir dann, äh, sie hier und ihr Vater ist dann einer, also der kommt dann da vorbei, und in den verliebt Lex sich dann sofort, also es ist ja auch so ein bisschen so ein Werwolf-Ding, ähm, mit dieser Prägung oder irgendwie sowas, aber es ist nicht, es ist nicht so krass, es wird auch, glaube ich, so ein bisschen angesprochen und so, ähm, ja, aber, genau, in den Vater verliebt er sich dann halt, und der hat halt selber so ein paar, sagen wir mal, Probleme der paranormalen Art, und dabei hilft Lex dann halt, und dann kommen sie sich halt näher und verlieben sich und so, man kennt's, und, ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen, der Zeichenstil ist auch wirklich sehr schön, also man sieht jetzt so krass diese Veränderung einfach auch zu, ähm, dem letzten da halt davor, und, äh, ja, es gibt auch noch dann eine andere, aber das ist keine Reihe, glaube ich, ein Einzelband, äh, der heißt dann Beacon, oder Beacon, ich weiß nicht so ganz, wie man das ausspricht, äh, den kann man übrigens, und das hier auch auf Animax lesen, ich weiß nicht, ob man das hier komplett auf Animax lesen kann, äh, aber Beacon schon, nur der ist komplett zensiert dort, also, die Sachen sind halt zensiert, deswegen will ich da auch noch die Printausgabe, weil den anderen habe ich auch gelesen schon, aber ich kann mich auch nicht mehr so gut erinnern, nur, der ist gerade ausverkauft beim Freibäuter Shop, und ich glaube, Camineo hat auch noch selber einen Shop, aber der ist gerade zu, deswegen, weiß ich noch nicht, wann ich dann mir den auch noch holen kann, aber werde ich auf jeden Fall noch machen, und, äh, ja, wie gesagt, ansonsten, glaube ich, habe ich nämlich alles von ihr, weil hier hinten ist auch so eine Liste, was es von ihr noch alles gibt, ähm, und da sieht man ja auch, und die ganzen Sachen habe ich halt bis auf das Letzte hier, ich weiß auch gar nicht, ob das mit Sachen zusammenhängt, ich dachte eigentlich, es wäre ein Artbooker, da muss ich nochmal nachschauen, aber, ja, die Sachen gibt es da halt auf jeden Fall, genau. So, und dann, äh, war der Freibäuter Shop auch noch so nett, mir irgendwie noch was dazu zu legen, ähm, und zwar ist das der dritte Band von Get Your Man, ich war sehr überrascht darüber, aber finde ich ja sehr cool, und, äh, den habe ich dann auch gelesen, es ist zwar ein dritter Band, aber es sind irgendwie so Kurzgeschichten, ich habe das auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, es ist irgendwie so eine Art, A You Kurzgeschichten, also Alternative Universe, wo es eigentlich immer die gleichen Charaktere sind, aber in verschiedenen Universen quasi, in verschiedenen Situationen, und da gibt es eben auch über, also geht es auch um Werwölfe und Vampire, und deswegen wurde mir das wahrscheinlich dazugelegt, ähm, ja, ich kenne auch Kami eigentlich schon, ich weiß nicht mehr, wo ich mal was von der Person gelesen habe, ähm, ich kann mal ein bisschen den Zeichenstil zeigen, Moment, ob ich dein guckes Bild finde, so ein bisschen, ja, ähm, ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendwo online hatte ich schon mal was gelesen, so, ob es auch auf Animax war oder so, aber ich war so, ich kenne diesen Namen irgendwie, und, ähm, ja, genau, naja, jedenfalls fand ich auch ganz nett, so, und, äh, das war es eigentlich auch schon von den Manga jetzt, ähm, dann habe ich mir noch ein paar zusätzliche Sachen gegönnt, wie gesagt, auch noch vom Dezember, da hatte ich die nämlich bestellt, ein paar Artbooks, ähm, bei Neo Tokyo habe ich die bestellt, und, Neo Tokyo ist ja so, manchmal haben die Sachen nicht auf Lager, und dann müssen die das in Japan nachbestellen, und es kann dann manchmal auch recht lange, bis zu drei Monate oder länger dauern, ähm, und ich hatte mir schon gedacht, dass das eine wahrscheinlich nicht auf Lager ist, und so war es dann auch, und das kam dann aber trotzdem relativ schnell irgendwie, so ein paar Wochen später war es da, und ich war so, ach echt, jetzt schon, aber gut, hat mich ja gefreut, ähm, ja, und zwar ist das ein Artbook, das ich schon wahnsinnig lange haben wollte, ich glaube, jedes Mal, wenn ich über meine Artbooks rede, erwähne ich das, ähm, und zwar das dritte, sag ich mal, oder generell, ja, dritte von, äh, zu Kijinao und zweites zu Adekan, das ist natürlich jetzt ziemlich groß, wupsi, da wären wir fast die Kamera abgehauen, ähm, so, ich gucke mal, dass ich das so ein bisschen zeige, so, sehr schönes Artbook, ähm, ich weiß auch gerade gar nicht, wie, ähm, das heißt, ich glaube, hier steht's, äh, Sionen Enbu, also wie gesagt, das zweite zu Adekan, von 2012 bis 16 sind hier Artworks drin, und ja, ich freue mich sehr, das jetzt endlich, ähm, ja, in meiner Sammlung zu haben, ich kann jetzt nicht so super gut was daraus zeigen, es ist auch übrigens ein Hardcover, ähm, ja, mal so ein bisschen rein, man sieht jetzt nur die Hälfte davon, aber das geht jetzt einfach nicht so richtig, ähm, so ein bisschen, so ein bisschen, es ist auf jeden Fall wahnsinnig schön, ähm, viele der Zeichnungen kenne ich auch schon, also als Farbseiten waren die auch bei Adekan dabei, und ja, Adekan hat ja einfach generell super tolles Artwork, Tsukishinao ist mitunter meine Lieblingsmangaka, was Artwork angeht, vor allen Dingen, was die Farbillustration angeht, also, so schön, und dann hatte ich mir noch, ähm, das Neueste, also das Dritte von Black Butler geholt, äh, das ist hier halt auch die japanische Variante, da ich, ähm, die Black Butler Artbooks angefangen hatte, zu sammeln auf japanisch, als die halt noch gar nicht auf deutsch draußen waren, und ich konnte jetzt nicht auf das deutsche warten, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt nicht schon auch schon draußen ist oder so, aber, die passen sonst nicht zusammen im Regal, an sich ist die Aufmachung ja relativ ähnlich, aber der Buchrücken, das geht einfach nicht, ich, ja, ähm, zeige ich hier mal auch noch so ein bisschen hoch, so, sehr schön, ähm, ja, so, die Kamera wieder abhaut hier, also mein Handy, ähm, genau, ich weiß nicht, was ich kurz dazu noch sagen soll, aber ich gucke mal auch, ob ich ein bisschen reinziehen kann, hier sind übrigens wieder diese Bändel dran, es ist ja auch auf Deutsch um einiges günstiger, was ich halt, ja, wo ich es jetzt bin, jetzt muss ich mehr dafür ausgeben, weil ich es auf japanisch hole, aber, ja, auf Deutsch kosten die, glaube ich, 25 oder so, und auf japanisch hat mich das jetzt, äh, ich glaube, 34 gekostet, also, ja, fast um die 10 Euro, so, ähm, hier sind halt hauptsächlich Sachen jetzt drin, von den neuesten Arcs, also von dem Schul-Arc und, ähm, dem, ähm, Music-Hall-Arc, so, ein bisschen da was zeigen, gucken mal, ob ich noch eins meiner Favoriten finde, ich hatte ja auch auf Insta ein paar schon geteilt, ach, die Seiten hier fände ich super schön, so, ja, ist einfach nicht so gut, um Update das zu zeigen, aber, naja, vielleicht mache ich auch noch irgendwann, ein neues Artbook-Video, aber da habe ich eigentlich auch erst vor einiger Zeit eins gemacht, es tut sich ja nicht immer so viel was bei meinen Artbooks, weil, äh, ja, ich mir die selten eher gönne, aber, naja, das musste jetzt einfach sein, so, und dann haben wir noch ein paar, äh, weitere Sachen, auch Animes, wobei ich glaube, ich zeige erst noch kurz, äh, den Kalender von Altaverse, den ich ja auch nicht so richtig, sag ich mal, im Bild gut zeigen kann, aber, ja, also, es gab ja im Januar bei jeder Bestellung bei Altaverse einen Kalender dazu für das Jahr, und da ich halt auch einige der Bilder ziemlich schön fand und generell das eine coole Idee fand, mit halt Bildern von deutschen Manga-Cards zu machen, ähm, ja, wollte ich mir da unbedingt einen sichern auch, ähm, und hier sieht man dann auch nochmal die, ähm, Bilder, so, dann muss ich auch nicht alle zeigen, dann kann ich das mal kurz durchzeigen, ich finde am schönsten, äh, das hier von der Bound Manga-Car, und, ja, generell auch hier auch von Gensabo, das finde ich ziemlich schön, und, naja, dann hatte ich den halt jetzt einfach auch, das, äh, weil, wie gesagt, ich habe ja dann extra quasi nochmal deswegen bestellt, also die, keine Cheats für die Liebe Bände, aber, ich wollte mir die ja so und so kaufen, aber ich dachte, dann passt das vielleicht so ganz gut zusammen, und, äh, genau, dann gab es noch ein paar Animes, ähm, zum einen, Jojo's Bizarre Adventure, gar nicht im Bild, Moment, so ist das schon besser, ähm, ja, Jojo's Bizarre Adventure, ähm, Volume 4, damit ist dann halt auch die erste Staffel abgeschlossen, also, und somit auch Part 1 und 2, ähm, ja, und dazu soll es auch übrigens noch einen Shuba geben, ich fand das ein bisschen komisch von Kaze, dass die den jetzt erst danach irgendwie rausbringen, aber den kann man dann auch wieder mal nur im Shop kaufen, ich werde den natürlich holen, weil, ja, ich will den Shuba dazu auch haben, äh, ich bestelle den dann wahrscheinlich, wenn, ähm, Part 3 auch rauskommt, also Part 3 kommt auch im März, wenn der Shuba auch kommt, ähm, ähm, und, ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, aber Part 3 wird dann ein bisschen, äh, teurer sein, habe ich gesehen, also da sind auch einfach mehr Folgen drauf, weil Part 3 ja generell, das ist der Part mit den meisten Folgen, ja, das hat ja auch zwei Staffeln, und, ja, ähm, ansonsten, ja, hier die Volume kann ich nochmal von innen auch zeigen, oder auch hier noch, ähm, hinten, genau, so, ich habe das jetzt auch noch nicht gerewatcht, weil es gab ja das Problem auf der dritten Volume, dass da eine Folge nicht so richtig ging, also die irgendwie so reingezoomt war, ich habe auch KZ zweimal deswegen angeschrieben, aber keine Antwort bekommen, äh, ich schätze, ich muss einfach damit leben, äh, ich hatte mir auch die nochmal gekauft, aber auf der zweiten war das dann genauso, daher ist das wohl einfach ein Produktionsfehler, allerdings, äh, nur bei der DVD, also eine Freundin von mir hat auch die Blu-ray und meinte bei ihr, das ist da alles okay, daher finde ich das sehr schade, aber wahrscheinlich bin ich auch einer der wenigen, die immer noch DVD kauft, ähm, naja, wie auch immer, ansonsten, ja, dann hier so die Innenseite, und, äh, das extra, das dabei war, das hatte ich auch schon aufgebaut, ist noch ein Aufsteller, und zwar hier der gute Schieser, ja, bei dem William davor, ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe, aber kann ich ja gleich nochmal mitzeigen, gab es nämlich den guten Joseph, so, und dann hat man halt, so jetzt hier, beide am Start, die habe ich jetzt auch vor meinen Jojo-Bänden stehen, weil bei den DVDs ist kein Platz dafür, ja, ansonsten gab es dann auch noch einen Film, und zwar Ein Fremder am Strand, ja, da hatte ich mich auch schon sehr drauf gefreut, weil ich hatte den auch noch nicht gesehen, also ich kenne ja den Manga, und das ist halt jetzt hier die Anime-Umsetzung, also der Film zu dem Einzelband, also der komplette Einzelband quasi als Film, ich frage mich, ob auch die Fortsetzung, also Ein Fremder im Frühlingswind, dann auch noch eine Anime-Umsetzung bekommt, weil es ist ja eine Reihe, und da gibt es jetzt auch noch nicht, also da gibt es vier Bände, und keine Ahnung, wie lange es noch geht oder so, ob es sich dann lohnt, quasi sowas zu machen, also einen Film, oder ob man da eher eine Serie dann machen würde, oder so, oder überhaupt irgendwas, aber, naja, eigentlich ist das ja hier erstmal nur der Anfang der Story um die beiden Charaktere, ähm, ja, wie auch immer, eine ganz schöne Aufmachung, allerdings immer mit diesen Pappschubern, die Post hatte mir den erst komplett zerknickt, also der kam komplett beschädigt an, da habe ich den nochmal zurückgeschickt, muss ich mir nochmal holen, ähm, ja, das ist ziemlich nervig, so, ähm, ich zeige dann auch erstmal hier den Klappentext, wenn man sich den durchlesen will, an sich, in der Kurzfassung geht es halt darum, dass, äh, Shun lebt halt auf einer Insel in Okinawa, und dort beobachtet er dann, wie jemand immer auf der Bank sitzt, vom Meer, und dort halt aufs Meer hinausschaut, irgendwann traut er sich dann auch, ihn anzusprechen, warte mal, wie war sein Name nochmal, äh, Mio, genau, und, äh, ja, allerdings geht Mio dann erstmal für ein paar Jahre weg von der Insel, und als er dann zurückkommt, gesteht Mio ihm dann halt die Liebe, aber dann weiß schon nicht so ganz, was er jetzt machen soll, und so, und so langsam kommen sie dann halt ja doch irgendwie zusammen, und so, man kennt's, ähm, mit noch so ein bisschen Drama hier und da, aber an sich ist es eigentlich eher mehr eine ruhige Geschichte, und auch der Film war dann halt so logischerweise, ähm, ich finde vor allen Dingen so das Ambiente auch wieder sehr schön, so die Atmosphäre mit den Hintergründen, das fand ich auch im Manga sehr schön, generell der Zeichensdil mag ich sehr gerne, das Einzige ist so ein bisschen, die Charaktere sehen ein bisschen sehr jung aus für ihr Alter, weil ich glaube, da ist schon eigentlich schon, ist der nicht schon um die 30 oder sowas, und Mio ist dann 20, also, ja, die sehen aber halt beide noch so wie so Teenager aus, aber gut, ähm, naja, er kommt hier auch sehr leicht raus, ähm, dann, ja, haben wir hier so die Rückseite, Vorderseite, und die beiden Motive gibt es dann halt auch noch mal, ähm, hier drin als, ähm, Art Cards quasi, also, die beiden hier, hat man jetzt schon gesehen, die Motive, und dieses Motiv hier gibt es auch noch mal als großes Poster hier dann dabei, ja, und wahrscheinlich wird dann meine Hülle auch leer bleiben, weil diese Art Cards kommen in meinen Sammelordner, und das Poster zu meinen Postern, und dann ist das halt hier leer, aber ich mag das immer nicht, wenn so Sachen da drin rumfliegen, keine Ahnung, naja, und dann sieht man hier noch so ein bisschen den Hintergrund, ist auch noch mal ganz schön, und ja, ist halt ein bisschen kurz der Film, also der hat nur so um die 50 Minuten Spielzeit, aber, naja, die Story war halt einfach nicht länger von Band 1. So, und zu guter Letzt wollte ich dann auch noch zeigen, ähm, das teile ich ja nicht immer, aber ich habe noch ein paar Conicos, also nicht die normalen, sondern halt die Special Edition, dachte ich, kann ich auch noch mal zeigen, ähm, ja, da kam nämlich raus, die Conico Readers Choice, äh, die hole ich ja nur wegen den Poster, also 32 Poster drin, das ist auch obviously einfach nur deswegen, ähm, ja, also falls wen interessieren, welche da drin sind, das sieht man hier, ähm, auf der Innenseite, ups, kann ich das ja mal gerade so zeigen, ich hoffe, man sieht das ganz gut, welche dabei sind, also von den Animes, und dann gibt es noch Musik und Game, die sind meistens auf der Rückseite dann, aber auch nicht bei allen Sachen, es gibt irgendwie so eine Sache, wo dann auf beiden Seiten Anime waren, das war natürlich gerade irgendwas, wo ich dann mir dachte, könnte ich beides aufhängen, aber, naja, ähm, so, immer ganz schön ein Poster zu haben, da gab es auch noch, wenn man halt im Shop bestellt hat und so, ähm, also auch in der, ich glaube, es gab wieder so eine Limited Edition oder irgendwie was, ähm, da gab es dann auch diese Postkarte hier von Vanitas, äh, also Case Study of Vanitas, da müsste ich auch mal das Anime weitergucken, irgendwie bin ich da irgendwo hängen geblieben, aber mag ich sehr gerne, äh, und ein Button, äh, von Demon Slayer, ich hoffe, der kann das fokussieren, hallo, so, äh, mit Rengoku und, äh, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, der aus dem neuesten Ark, genau, der jetzt im Anime läuft, ähm, so, und dann habe ich mir noch die Ausgabe an der Konico Sports geholt, ähm, ja, ich mag ja auch Sportanimes ziemlich gerne, da waren einige interessante Sachen dabei, ich nehme auch mit den ganzen Stickern und so, aber auch ein großer Grund, warum ich mir das geholt habe, ist ja richtig dumm eigentlich, aber, äh, war eine Postkarte, die es dazu gab, und zwar die hier, ähm, von Stars Align oder auch Hoshi Aino Soda, weil ich liebe einfach diesen Anime und es gibt so gut wie kein, wie soll ich sagen, so, also Merch und so weiter, oder Poster, ich glaube, es war mal ein Poster drin, aber niemand redet darüber und jedes kleinste Etwas, das ich dazu finden kann, bin ich so, oh mein Gott, äh, ja, und es ist einfach eine super süße Postkarte, also wer den Anime noch, noch nicht kennt, guckt ihn euch an, das ist ein Anime über, äh, Soft Tennis, aber das ist auch eigentlich gar nicht so wichtig, es geht um die Charaktere, ich finde die einfach voll schön, das sind halt hauptsächlich so Charaktere mit, ähm, wie soll ich sagen, ähm, unschönen, äh, Familiensituationen und so weiter, also da geht es auch um so harte Themen wie häufliche Gewalt und dies und das, und, äh, fand ich einfach, ich fand es so interessant umgesetzt und so gut gemacht und, äh, es gab auch LGBT-Thematik und so weiter, es gibt nämlich einen nicht-binären Charakter da drin, und ich war so, oh mein Gott, die Repräsentation erkennt, ähm, ja, deswegen, es hat mich auch sehr gefreut, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen biased, aber ich würde auch sagen, dass es generell einfach ein guter Anime ist und, ja, deswegen hat mich das hier irgendwie sehr gefreut und ich weiß, ich muss diese Postkarte haben, ähm, ja, es gab auch noch Sammelkarten dazu, die jetzt so, naja, alright sind, aber, ich zeige die jetzt halt hier auch nochmal, gab es ja auch schon bei der letzten Ausgabe, also es gab ja schon mal eine Konico Sports, so, ähm, hier erstmal zu Skate, was übrigens auch ein super guter Anime ist, ich weiß nicht, wie ich es schon mal erwähnt habe, ähm, also es ist über Skateboarden und, ähm, ja, der hat auch so ein bisschen, kann man sagen, Boys Love Fanservice quasi, ähm, aber, naja, oder unterschwellig, also, naja, man kann, man kann sehr viel chippen, kann man sagen und, ähm, es ist aber auch einfach so freundschaftsmäßig auch sehr schön und einfach ein generell super toller Anime, ähm, ja, so, die hier, ähm, so dann, ähm, Free, ich hoffe, das bleibt die ganze Zeit fokussiert, ups, ähm, Haikyuu, ähm, Chihaya Furu, das kenne ich nicht, also, es ist aber auch, glaube ich, über so ein, also, ich hatte schon von mal gehört, aber, ich weiß sowieso, es ist das Sport, es ist, glaube ich, irgendein Kartenspiel oder sowas, naja, was schon alles als Sport zählt, ne, ähm, Kokonobasket, irgendwie, ist immer ein bisschen unscharf, so, ähm, Yowamushi Paddle, das möchte ich auch endlich mal gucken, diesen Anime irgendwann, da geht es ums Fahrradfahren, ähm, Welcome to the Ballroom, den hatte ich bis zu einem gewissen Punkt geguckt und dann irgendwie vergessen, weiterzuschauen und jetzt, ja, war es nicht so ganz, da wirst du eigentlich ganz gut, tanzen, ähm, ja, dann hier, wie gesagt, Stars Align, hallo, und, äh, Zorone, ich glaube, das war Bogenschießen und Remain, den hatte ich versucht zu gucken, aber ich bin einfach so schlecht damit, in der Season irgendwie an was dran zu bleiben. Naja, ähm, so viel dazu, das war es dann auch jetzt, äh, von dem Update, ja, es waren wieder eine Menge Sachen, aber ich glaube, es war gar nicht so lange wie die letzten Updates, ich glaube, es war ein bisschen mehr an sich, aber ich hatte vielleicht weniger zu sagen oder so, keine Ahnung, ich kann das immer schlecht einschätzen, aber naja, ähm, im Februar kommen auch viele sehr interessante Sachen raus und so, aber, ja, ähm, ich glaube, sonst habe ich auch eigentlich nichts mehr zu sagen, dann sehen, hören wir uns bei einem nächsten Video und bis dann, bye!